Ich will hier ein richtig gemütliches Studio haben, also nicht nur das, was ihr seht, sondern auch das, was ich dann sehe, weil ich gucke hier in so einen dunklen Raum rein, das ist unangenehm für die Augen. Ich will das hier alles so schön indirekt beleuchten und jetzt bei der Apple Keynote habe ich mir das mal provisorisch hier gemacht mit meinem neuen Hintergrund, den ich hier schalten kann und das war so cool. Ach, wenn der Raum größer wäre, würde ich auch noch so ein schönes altes Sofa in so einem, naja, ist auch egal. Ist ja nicht. Ich muss mal gucken, wenn die Nachbarn oben ausziehen, ob ich die Wohnung unterm Dach nicht noch zusätzlich mieten möchte und das fürs Videostudio komplett umbaue. Was im Sommer dann besonders toll, dann pustet dein Lüfter noch mehr unterm Dach, das willst du nicht. Ja, kann ja eine Klimaanlage, kann ja im Raum nebenan stehen. Dann brauchst du dann auch mehr Filter, um den ganzen Scheiß rauszufinden. Lass uns eine Sendung machen, komm auf, los, Knopf drücken. Ja, dann mach mal hier das Ding da weg. Ja, ich warte. Also, legen wir los. Wegen mir. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. Moin, Chris. Zurück aus einer, von einer langen Watt-Reise. Hast du überhaupt eine Chance gehabt, die Apple Kino zu sehen? Ja, natürlich. Ja, klar. Neue Kameras. Wir hatten WLAN. Sehr gut. Ja. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Wenn auch eher dürftig, aber es war dann noch LTE. Aber es war was da. Ich hab ja ein Datenvolumen, das muss man ja auch mal benutzen. Das muss verbraucht werden, natürlich. Genau, dafür ist was da. Wir sind wieder da, heute mit zwei Tagen Verspätung für die Live-Menschen. Und dann ist das relevant für die anderen auch, weil die Sendung deshalb auch einen Tag mit dem Tag Verspätung kommt. Aber so ist das halt. Mal gucken, ob ich das heute noch online kriege. Das ist wenigstens Donnerstag da gewesen. Schauen wir mal. Immerhin gibt es heute eine Sendung. Das ist ja schon mal was. Das hätte auch anders laufen können. Wir sind wieder da mit der Folge 682 und haben hier wieder diverse Sachen mitgebracht. Unter anderem reden wir kurz nochmal über einen wichtigen, wichtigen YouTube-Kommentar. Dann ja, ein ganz, ganz kurzer Blick auf die 12er iPhones, aber wirklich nur kurz. Das machen andere nämlich viel, viel ausführlicher und besser. Da machen wir mehr, wenn wir eins haben. Bisschen Nikon-News, bisschen Canon-News, bisschen Tilt-Shift-News, bisschen Sigma-News und ja, wir schauen mal, was wir so alles noch reinbekommen. Relativ viele Fragen diesmal von euch. Wir haben ja in den letzten Folgen ein bisschen was geschoben. Ja. Wir holen mal ein bisschen auf. Genau, wir holen ein bisschen auf. Wir haben heute, wie immer, hier, wir sind live auf happyshooting.de bzw. happyshooting.de slash live. Dort findet ihr zum Beispiel auch den Link zu unserem Slack-Kanal. Der heißt dienstags minus 18 Uhr. Und wenn ihr noch nicht auf dem Happyshooting Slack seid, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun, weil toll. Und bei Live-Begleitung der Sendung. Solltet ihr Fragen haben, dann haut sie uns bitte auf entweder den Slack-Kanal HS-Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Und schickt uns gerne auch Audiokommentare oder Videokommentare an info at happyshooting.de. Und wer das jetzt hier nicht nur hört, sondern auch auf Video guckt oder es mal ausprobieren möchte, happyshooting.de slash Video. Da findet ihr das Ganze in einer Playlist auf YouTube. Und unsere Gesichter. Das ist halt doch mal anders. Ja, das war es erstmal mit den Texttafeln. Ein allgemeines Danke. Ich habe jetzt heute, weil ich so knapp gekommen bin, hierher gekommen bin, habe ich die Spenderinnen und Spender für unser Unterstützerkonto nicht zusammengeschrieben. Das wollen wir nächstes Mal nach. Aber wir haben ein Danke und zwar an Maurice, der uns beiden was geschickt hat. Und zwar das jährliche Solidaritäts-Abo. Schreibt er, an Weihnachten gibt es schon genug Geschenke. Daher schon jetzt danke für die vielen schönen unterhaltsamen Stunden. Happy Shooting. Gruß Maurice. Also ganz toll, weil er tatsächlich mal in unsere Listen getaucht ist, in unsere Wunschlisten und da uns ein bisschen was geschickt hat. Du hast eine Steckdose bekommen. Ich habe das. Ja, erzähl mal. Ja, ich habe so ein Kameraschraubenset, wo man so Adapterschrauben und solche Geschichten, die ich mal wieder gebraucht habe. Bei mir war das ganz besonders lustig vom Timing her, weil ich hatte nämlich so etwas bestellt. Das ist so eine Funksteckdose von Philips. Home-Automatisierungs-Steckdose. Ganz genau, die hatte ich bestellt, weil ich wollte ein bisschen was ändern hier an meinem Licht-Setup und da brauchte ich so eine Steckdose dafür oder hatte das zumindest vor. Und dachte mir dann ja, eine ist keine, also habe ich gleich zwei bestellt, weil dann kann ich auch im Wohnzimmer noch was tauschen und überhaupt Home-Kit-fähig alles und so. Schön. Und dann kam tatsächlich die Post und hat Pakete geliefert. Und da hatte ich mehrere Sachen bestellt und eins davon war diese Steckdose oder die Steckdosen, diese beiden hier. Und dann mache ich dieses Paket auf. Ich denke schon, das ist mal ein kleines Paket. Sind da zwei Steckdosen drin? Nee, da ist eine Steckdose drin. Ich denke, das ist ja komisch. Wieso kommen die denn jetzt getrennt? Da war das eine Steckdose von Maurice. Der hat mir genau eine Steckdose bestellt, weil ich wusste gar nicht mehr, dass ich die auf meinem Set bestehen hatte. Jetzt hast du drei. Aber du kannst sie schon brauchen. Die liegt jetzt nicht irgendwo in der Ecke, oder? Nächsten Tag kamen die beiden. Ich habe erst mal seine genommen und dafür verwendet, wofür ich es eigentlich auch haben wollte. Das klappt schon mal ganz hervorragend. Und die zwei, die ich jetzt bestellt habe, werde ich halt hier in der Wohnung einsetzen, weil ich habe nämlich hier noch so alte von Osram, die sich nur über den Umweg einbinden lassen und dann nicht so richtig gut funktionieren. Und die werde ich austauschen gegen die Philips, die ich jetzt bestellt habe. Aber Maurice, deine Lampe ist jetzt original dem Happy Shooting zugekommen. Sie schaltet nämlich mein ganzes Audio Setup. Das heißt, wenn ich sage Audio ein, dann geht nicht nur diese Lampe da hinten an. Mach das jetzt nicht, sonst passiert noch mal was. Nö, ich habe ja einen gesagt. Ich darf nur nicht aussagen. Da geht da hinten die Lampe an und hier das Mikrofon geht an und die Kopfhörer gehen an. Maurice, vielen Dank. Das wäre mir ja für eine Live-Sendung zu kritisch. Da muss ich einmal verplappern oder das Ding hört dir nicht richtig zu. Und zack, ist ja alles weg. Da muss ich da schon schief gehen. Na, sehr schön. Der Maurice hat sich gemeldet, weil der ist nämlich auch derjenige, der jetzt die, ist das der gleiche Maurice? Wir haben Schwurbeler verlost, ne? Oder beziehungsweise Schwurbelplatinen. Ich zeige das noch mal her. Das könnte der gleiche Maurice sein. Und zwar hatten wir letztes Mal in der Sendung verlost und du hattest gewürfelt mit zwei Sechshandwürfeln. Und dann sind wir darauf aufmerksam geworden, dass das totaler Quatsch war. Das war ja auch totaler Mumpitz, was wir gemacht haben, was ich da gemacht habe. Also unser Aufmerksamkeitstest für euch hat ganz hervorragend funktioniert, muss man an dieser Stelle sagen. Das Blöde war, dass wir schon Gewinner ausgelost hatten. Und einer davon war Maurice, der nun bei der zweiten, der korrekten Auslosung, dann leider kein Schwurblerboard gewonnen hatte. Und da hatten wir als Ersatz eine Happy Shooting Tasse ausgelobt. Eine schwarzes Bund genug Tasse. Und diese wirklich sehr exquisite und sehr besondere Tasse, es ist nämlich die Nummer 1. Es ist die erste Tasse überhaupt, also die erste schwarzes Bund genug Tasse, die jemals in diesem gesamten Universum zu jeder Zeit an jedem Ort überhaupt mal gefertigt wurde. Es ist also die einzige, die Nummer 1 Tasse. Und die hat Maurice bekommen und die ist heute auf den Weg gegangen. Viel Freude damit. Ja, auf jeden Fall, also Maurice hat die Tasse bekommen. Matthias und Frank haben ja letzte Folge gewonnen. Wie gesagt, die Platine mit den Bauteilen zum Selberlöten und haben sich noch nicht gemeldet. Also Matthias, Frank, ihr zwei habt letzte Sendung gewonnen und meldet euch mal. E-Mail chris.happyshooting.de Vielleicht seid ihr im Spam gelandet, weiß ich nicht, aber falls ihr schon geschrieben habt, einfach nochmal oder vielleicht auf anderen Kanälen so, hallo hier ich und so. Und dann schicke ich euch die nämlich. Ich bin mal wieder in die YouTube-Kommentare geklettert und hab da mal ein bisschen zusammen gesucht, was da so reingekommen ist. Und der Lichtbube schreibt, heute auf der Arbeit beim Podcasten gehört und am Feierabend das Video dazu gesehen. Wie immer sehr unterhaltsam. Die R6 ist wahrlich eine tolle Kamera für Hochzeiten. Die RF-Objektive sind preislich und größentechnisch allerdings eine Hausnummer. Also er hört das und geht dann am Feierabend und schaut sich nochmal das Video an. Das ist echtes, echte Dedication. Dann haben wir zweimal die Frage von unterschiedlichen Leuten, warum wir keine Pre-Show im Video haben. Hatten wir ja, ganz am Anfang. Hatten wir am Anfang, aber die Pre-Show ist was Besonderes und die Pre-Show ist für die Live-Hörerinnen und Live-Hörer. Dass wir die am Anfang in der Sendung auf dem Video hatten, das war eher, naja, weil wir es alles vom Workflow noch nicht so rund hatten. Weil wir alle so ein bisschen hier noch ein bisschen am Schwitzen waren, um das alles ordentlich einzurichten. Aber nee. Das war quasi ein Kompromiss. Genau. Die Pre-Show ist für die Menschen, die live dabei sind als Belohnung quasi. Und deshalb wird die Pre-Show in der Konserve nicht drin sein. Das ist einfach eine Entscheidung. Es ist auch ganz ehrlich ein bisschen ein Problem mit der Pre-Show bei YouTube. Wir wollen ja auch ein bisschen neue Zielgruppen damit akquirieren. Mal gucken, wer uns denn auf YouTube schaut. Wir haben ja offensichtlich auch Leute, die uns nur auf YouTube gucken und gar nicht den Podcast hören. Und wenn du dann in so ein Video reinklickst, was dir neu von YouTube reingespült wird und du siehst erst mal zwei Kasper, die überhaupt nichts sagen, sondern nur an ihrem Setup rumfummeln, das ist auf Dauer irgendwie auch langweilig. Vielleicht finden wir noch eine Lösung dafür. Da müssen wir schauen. Also im Moment ist man dann auch, wenn ich dann sage, ja, oder wurde auch schon gefragt von anderer Stelle, ob wir dann vielleicht die Pre-Show irgendwie gegen Geld und so. Aber das ist alles so. Also die Komplexität, sowas aufzusetzen, ordentlich ist, ja. Jetzt extra noch ein Patreon-Account, nur um dann die YouTube-Show irgendwo reinzupuschen. Lohnt so richtig den Aufwand dann auch nicht. Aber wir sagen nicht nein, wir sagen nur, am Augenblick gibt's das nicht. Genau, dann hatten wir ja den YouTube-Kommentar zum Thema Bilder abfotografieren und warum das so teuer sein muss. Casa de Cristo hat das, ja, gefragt und wir haben es dann auch so ein bisschen, ja, zerrissen, würde ich sagen. Das war, das haben wir schon kräftig zugeschlagen. Ja, du hast mal die Keule rausgeholt. Ich habe mal ein bisschen die Keule rausgeholt. Das war Folge 681, wo er das gefragt hat. Und jetzt hat er nochmal geantwortet und super, vielen lieben Dank für diese ausführliche Antwort auf das Thema Scannen und Abfotografieren. Obwohl wir das ganz schön zerrissen haben, hat er sich nämlich sehr gefreut über unsere Antwort und das zeugt von wahrer Größe. Er schreibt nämlich, ich glaube, es hat tatsächlich erstmal viel damit zu tun, was man schon hat und auch mit persönlichen Präferenzen. Und da liegt er komplett richtig, weil viele Leute, die wir kennen, haben ein Stativ, haben ein Makroobjektiv oder Zwischenringe und müssen da einfach nicht mehr investieren. Und das war ja eine der Fragen, warum muss man sich da so viel Zeug zulegen und stellt sich raus, er muss tatsächlich investieren, weil er hat weder ein Stativ noch ein Makroobjektiv. Also das wäre tatsächlich eine Investition für ihn. Wie gesagt, lange Antwort, ich verkürze das mal, weil mein Lieblingssatz ist nämlich folgender, ein Lieblingsabsatz in dem Kommentar, den er geschrieben hat. Er schreibt, letztlich ist dann aber wohl auch der Spaß an der Sache ein Faktor. Ich mag scannen, ist ein bisschen Dunkelkammerersatz. Der ProScan, das ist der Scanner, den er hat, ist recht fix. Ich freue mich auf jeden Vorschau-Scan und der Scan selbst ist in zwei Minuten rum. Ein kleiner Ersatz für das Erscheinen des Bildes auf dem Fotopapier oder so. Ja, verstehst du, eine schöne Analogie eigentlich, tatsächlich. Und natürlich hat dieses, ich scanne jetzt was und dann erscheint das Bild so, das braucht seine Zeit. Das ist natürlich auch so ein Vorfreude-Thema, kann ich komplett 100% verstehen. Ist bei mir nicht so beim Scannen, das ist für mich eher nervig, aber für ihn hat das eine andere Konnotation. Dann schreibt er noch weiter, bei Farbe ist auch ICE, also das ist diese automatische Kratzererkennung, ein tatsächlicher Zeitvorteil, gerade bei älteren und zerkratzten Filmen. Dazu schönes Hörbuch, Tee und irgendwie ist das Gefühl so ein bisschen analoger, als wieder mit der Digitalknipse zu hantieren. Was natürlich objektiv Quark ist, aber es ist 2020, Emotionen sind Fakten. Sehr schön. Ich habe mich echt verömmelt. Also tausend Dank für die Antwort und ich glaube, wir verstehen uns. Also das ist, es passiert bei ihm da was auf einer anderen Ebene und das finde ich. Und das ist es doch aber, worum es auch geht. Also auch den Spaß daran zu haben und sich mit den eigenen Bildern auch zu befassen und zu beschäftigen. Und für den einen ist es eben das stundenlange rumfummeln, bis der Print perfekt ist. Und für den anderen ist es eben vielleicht das Scannen. Also klar. Insofern, alles gut. Also der Verriss deiner Antwort in der letzten Sendung war dann auch nicht böse gemeint, sondern ich habe so das Gefühl, dass wir hier auf der gleichen Wellenlänge sind. Und ich habe mich sehr über die, über die lange Antwort, ich dachte, also zuerst dachte ich, du siehst da so ein riesen Ding. Oder das ist jetzt so, oh, weil das, weil das, es gibt ja auch manchmal Leute, die dann so, ja, aber ja, dann werden so Details nachher diskutiert, die einfach, wo es um ganz andere Dinge geht. So klein, klein halt dann. Aber nee, das war dann eben genau so vom, vom Geschmack her die richtige Richtung. Also da, da muss man auch erst mal drauf kommen, also dass man quasi den Scannen so ein bisschen in Analogie setzt. Also er zelebriert das Scannen, ja. Im Entwicklungsbad und so. Ja. Ja, es wird zelebriert und das ist doch schön. Genau. Du hast übrigens einen YouTube-Kommentar übersprungen. Ich habe einen YouTube-Kommentar übersprungen. Und zwar hast du den YouTube-Kommentar übersprungen von Burkhard, den fand ich nämlich ganz toll. Oh, den habe ich nicht gesehen. Und wen das interessiert, der schaut sich das dann bei YouTube an. Und wen das gar nicht interessiert, der skippt halt im Podcast, wo wir ja Kapitelmarken haben. Dafür gibt es die. Es gibt immerhin ein Feedback, was es positiv findet. Es gab kein negatives Feedback. Also vielleicht machen wir sowas mal wieder. Schauen wir mal, ob es klappt, ob es funktioniert, beziehungsweise ob sich überhaupt sowas wieder anbietet. Genau. Ja. Je nach Thema halt. Gut, lass uns ganz kurz jetzt aber wirklich nur kurz über die neuen iPhones reden, weil wir beide haben uns diese Keynote angeschaut. Wie gesagt, ich im Ferienhäuschen an der Nordsee. Und was übrigens echt, also wir haben uns diesmal tatsächlich so ein bisschen die Pampa ausgesucht. In diesem Fall war das Nordstrand. Also nicht so ungut alle, die in Nordstrand wohnen, aber diese Halbinsel ist halt nicht sehr super touristisch, gerade jetzt nicht. Und das ist aber gut. Ja, das war super. Viel Wind, da kriegst du kein Virus ab, weil da wird immer schön verdünnt gleich. Und du hast, die haben die Bude vorher desinfiziert und geschrubbt ohne Ende. Die haben da richtig hohe Auflagen mittlerweile. Und es war echt schön, so ein paar Tage da abzuhängen. Ja, und wenn du wenig Leute draußen triffst, ist doch dann auch passend. Also erholsam und sicher zugleich. Und das Häuschen hatte ein Reetdach und nachdem es dann tatsächlich an einem Tag mal geregnet hat, kam dann kein Empfang mehr. Weil das nasse Dach war natürlich. Dann musste ich ans Fenster und auf LTE ausweichen. Das hat dann wieder funktioniert. Ja, wir haben uns die Keynote angeguckt und es gibt bald neue iPhones mit neuen Kameras. Ja, iPhone 12 und das iPhone 12 Pro. Und da geht es natürlich jetzt mal vorrangig um die Kameras. Und da hat Apple mal wieder ein bisschen was getan. Natürlich reden sie auch ganz klar von der Computational Photography. Das haben sie diesmal auch wirklich genannt in ihrem Podcast. Das fand ich ganz spannend. Und was ich ganz nett fand, ist, dass sie halt zunehmend halt auch von, wie soll ich sagen, von der Technik sprechen. Also, dass sie eben von großen Sensoren und von großen Pixeln sprechen. Und dass es gut ist, um viel Licht einzufangen und wenig Rauschen zu haben und bessere Bildqualität zu erzeugen. Und das finde ich halt super. Weil wenn so ein Riese wie Apple das, ja, wie ich finde, durchaus verständlich versucht rüberzubringen und das eben in der breiten Masse ankommt. Und ja, dann ist halt so ein gewisses Grundverständnis da. Und das finde ich halt schön, weil ich solche Themen eben auch wichtig finde. Und sie haben halt genau das gemacht. Und sie haben nämlich bei dem 12 Pro Max in der Weitwinkel, also in der normalen Kamera, einen größeren Sensor verbaut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel größer, aber er ist größer. Hat auch größere Pixel, also hat die Größe nicht mit mehr Pixeln aufgewogen, sondern, ich glaube, die gleiche Auflösung auf einer größeren Fläche. Und verspricht damit eben sehr lichtstark zu sein, was natürlich bei Low-Light-Aufnahmen, bei Nachtaufnahmen großer Vorteil ist. Der sowieso schon gut war bei dem 11er, eben durch viel Computational-Kram. Und jetzt eben dann noch besser werden kann, wenn er sowieso schon einfach eine saubere Qualität aufnimmt. Ja. Das finde ich super. Und was sie beim 12 Pro Max auch gemacht haben, ist, dass sie genau diesen Sensor tatsächlich mit Sensor-Shift stabilisieren. Aber nur bei der normalen Kamera, ne? Bei der mittleren. Bei der normalen Kamera, ganz genau. Also jetzt haben wir IBIS im iPhone. IBIS im iPhone, und das fand ich eine ziemlich heiße Technik. Sie haben das auch da auf so einem Schaubild gezeigt, mit so kleinen beweglichen Elementen um den Sensor drumherum. Das ist eine spannende Sache. Das gibt es aber, soweit ich weiß, nur in dem Max und nicht in dem normalen Pro. Das ist weiterhin die optische Stabilisierung durch eben ein Linsen-Element. Und zwar sowohl bei der Tele-Linse als auch bei der normalen Linse, bei dem normalen Weitwinkel. Und bei dem 12er gibt es diese Tele-Linse ja nicht. Da ist alles eigentlich wie gehabt. Außer, dass durch die ganze Bank, durch alle Modelle, die Objektive etwas lichtstärker geworden sind. Also der Weitwinkel und der Ultra-Weitwinkel haben jetzt eine Offenblende von 1.6. Und auch das hat Apple da versucht, halt zu erklären, dass es eben viel Licht fängt und so weiter. Und wir könnten jetzt noch ergänzen, es ist natürlich auch unscharf für ein bisschen bessere Möglichkeiten, unscharfen Hintergrund zu bekommen. Wobei das bei diesen Brennweiten eher mit dem Rechner gemacht wird. Ein bisschen was macht es. Auf jeden Fall. Bei kurzen Distanzen auf jeden Fall. Das fand ich spannend. Und was ich beim 12 Pro ganz interessant fand, da haben sie jetzt diesen LiDAR-Sensor, also LiDAR-Sensor drin, der Licht aussendet und empfängt und daraus die Entfernung berechnet. Tiefeninformation bekommt. Tiefeninformation, ganz genau. Ich glaube bis 5 Meter oder 6 Meter Entfernung reicht das Ganze und dann kann man halt eine Punktewolke generieren lassen und so. Alles schön für Spezialanwendungen. Sie haben aber gesagt, dass sie das jetzt auch für den Autofokus benutzen, bei wenig Licht. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade den Himmel oder ein Feuerwerk oder irgendwas fotografieren will mit dem iPhone, sondern bei wenig Licht auf einer Feier unterwegs ist und will halt Porträts machen oder so etwas, dann wird der LiDAR-Sensor jetzt dabei helfen, den Fokus zu treffen. Und das finde ich eine spannende Entwicklung. Das kam für mich ein bisschen überraschend. Da würde ich mich tatsächlich darauf freuen und das könnte durchaus ein Argument sein für ein 12 Pro. Neben der Tele-Linse, da reden wir ja wie bei dem iPhone X, was ich hier habe. Das hat ja auch schon das Weitwinkel und eine Tele-Linse. Und Tele ist in diesem Fall 56 Millimeter, auch bei dem 12 Pro. Bei dem Pro Max sind es 65 Millimeter, da haben sie es noch ein bisschen länger gemacht. Würde mir auch ganz gut gefallen, aber mir ist das Max zu groß. Ja. Da muss man mal schauen. Ich bin ja so. Wirst du eins holen? Also, ich habe jetzt Folgendes gemacht. In den letzten paar Tagen, wo ich mit Moni an der Nordsee war, wir haben beide unsere, Anführungszeichen, guten Kameras mitgenommen. Und haben dann aber uns auf etwas ganz anderes besonnen. Und zwar war, wer die letzte The Future of Photography gehört hat, da haben wir über das Thema Snapshots geredet, also Schnappschüsse. Und wenn du mal einfach schnappschussartig unterwegs bist, dann macht das so ein paar Dinge mit dir. Unter anderem befreit es dich natürlich kreativ ungemein. In dem Moment, wo du Schnappschüsse machst, denkst du nicht mehr über die Technik nach, sondern du kannst dich voll und ganz auf das Bild konzentrieren. Und das geht natürlich nur dann gut, wenn du dir eine Kamera schnappst, die Technik für dich so ein bisschen übernimmt, wo du einfach sagst, okay, ich mache jetzt mal Automatik. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns beide Argentum geholt. Argentum ist, ja, das wurde kürzlich auch auf The Future of Photography mal vorgestellt. Das ist eine App, die, ups, das hier muss weg. Moment, ich muss mal kurz hier umbauen. So, weg hier. Argentum. Ist eine iPhone-App. Ich weiß nicht, ob es ein Äquivalent auf Android gibt. Nicht ganz sicher. Es ist eine Schwarz-Weiß-Kamera-App, die so ein paar Filter drin hat, die so ein bisschen, ja, den Stil, den visuellen Stil, also was die Kontraste angeht, von anderen Fotografen nach Bildern. Also hier gibt es so eine Henri-Catier-Bresson-Filter-Geschichte. Dann gibt es einen Ansel-Adams-Filter, der dann halt irgendwie mit den Kontrasten etwas mehr knallt. Und ja, das Ding, also einen Filter kannst du ja aussuchen für Oma und den Rest kannst du dann irgendwie, kannst du noch ein paar Euro einwerfen und dann kriegst du die alle. Und das Ding macht halt, in dem Fall, ich habe jetzt gerade keine Beispielbilder dabei, aber in dem Fall, wo du so einen Filter drin hast, hast du halt entsprechende Bilder und fertig. Du kannst zwar das Original auch noch abspeichern lassen, aber selbst das haben wir ausgeschaltet. Aber in der App ist durchgängig Schwarz-Weiß. Ja, ja. Und da gibt es noch so einen Street-Modus, da ist dann irgendwie das komplette Display-Knopf und so. Wir packen einen Link in die Shownotes. Argentum. Argentum. Argentum wie Silber auf Lateinisch. Wie gesagt, das ist, das ist keine Werbung für die App, aber habe ich jetzt hier einen Link reingepackt? Ja, ich habe einen Link reingepackt. Das ist jetzt, also egal, es gibt tausende solche Geschichten. Das ist nur eine, die uns jetzt gerade ganz gut gefallen hat. Und wir haben halt quasi die komplette, die kompletten paar Tage, die wir da in der Nordsee waren, nur mit dem iPhone und nur mit diesem Ding fotografiert. Und da ist es jetzt erst mal zweitrangig, ob du da ein, zwei, drei Kameras in deinem iPhone hast, ob du einen LiDAR-Sensor hast, der dir irgendwie, ne? Also, was rausgekommen ist, waren schöne Bilder. Wir können da nächste Folge gerne mal ein paar angucken davon. Oder wir haben sie auf Twitter, haben Moni und ich Bilder rausgehauen. Die haben schon, also die haben was. Die haben was. Insel Adams Filter. Der hat natürlich sofort überdramatische Himmel mit tiefen, schwarzen, blauen Himmeln und so weiter. Also, das hat sich, das hat sich mit der Landschaft und mit dem Wetter und mit den Wolken unglaublich gut vertragen. Und deshalb ist erst mal so die Idee, jetzt ein neues iPhone für die Kamera nicht unbedingt. Das sind technische Verbesserungen, was die da einbauen bei Apple, ganz klar. Ja, aber das erst mal nicht. Was mich jetzt gerade mehr interessiert, ist der Formfaktor vom 12. Mini. Ne? Das, ja. Das ist erst mal ... Das ist in der Tat stark. Das ist jetzt ein iPhone, was genau das gleiche ist wie der 12, nur kleiner. Das hat keine anderen Features, auch nicht weniger Features, sondern das ist einfach alles kleiner. Die Batterie ist irgendwie eine Stunde kürzer und so. Da packst du halt noch einen externen Akku dran, wenn du es brauchst. Aber der Formfaktor ... Ich will endlich mal wieder ein Phone, wo ich mit einem Daumen bis oben hinkomme. Und was mir in die Hosentasche passt und nicht oben rausguckt und so Zeug. Also, das sind für mich gerade ... Ja, das würde mich auch total reizen. Das Problem ist, dass bei Mini halt die Teleoptik nicht drin ist. Und die benutze ich ständig. Ich fast nie. Ich bin der Weitwinkelmann. Also, insofern, für mich ist das nicht so wichtig. Was natürlich interessant ist, diese Sensor-Shift-Geschichte, da sagen sie hier zwei Sekunden aus der Hand. Das ist natürlich auch wieder nicht schlecht. Aber, nun gut, was ist denn da? Hast du Agentum geholt? Na klar. Na super. Schnell eben. Gleich mal ausprobieren. Ja, das ist halt das Problem. Ich hatte auch ... Das Zehner ist mir eigentlich schon zu groß. Und das 12 Pro ist dann noch mal drei Millimeter höher. Und das Mini wäre eigentlich genauso geil, wie ich es gerne hätte. Aber da fehlt die Kamera, die ich ständig brauche. Ja. Ja, ich werde es sehen. Wahrscheinlich wird es das Pro. Ja, und dann kostet das gleich wieder so viel Geld. Und jetzt in Corona-Zeiten ... Weil meine Rückseite ist ja kaputt. Da wird es ja Zeit für ein Neues. Jetzt in Corona-Zeiten. Weißt du, da reichen dann die Spenden doch nicht ganz dafür. Das ist ja ... Nein, das wird auch nicht von den Spenden bezahlt. Das ist privat. Ja, also insofern ist es ... Ja, schauen wir mal. Es ist alles ... Es ist alles ganz schwierig. Insofern, nee, ich weiß nicht. Meins ist ja noch gut. Also, kommt, wir wollten es eigentlich nur kurz vorstellen und schnacken schon viel zu lange. Es sind geilere Kameras drin als vorher. Und ich glaube, das ist so mit das Herausstellungsmerkmal von schnellen Prozessoren und so weiter mal abgesehen. Wir dürfen gespannt sein. Chris also eher das Mini, ich wahrscheinlich eher das Pro, auch wenn es mir zu groß schon wieder wird. Schauen wir mal. Was es nämlich Neues gibt, weil kaum, dass du weg bist, hauen hier die Hersteller mit, die hauen Nuss raus hier ohne Ende, da wirst du irre. Nikon hat rausgebracht Z6 und Z7 in der Version 2. Ja. Moni hat doch eine, ne? Eine Z6 hat sie die eins. Eine Z6. Z6, ja. Genau, da gibt es jetzt den Nachfolger. Die sie im Urlaub nicht verwendet hat. Ja. Warum auch? Kann man ja mal machen. Ne, fand ich spannend, was sie da gebaut haben. Und zwar, ja, es ist eine Mark II. Also es ist keine komplett neue Kamera, sondern es ist einfach eine Weiterentwicklung der vorhandenen Kameras. Sie haben bei beiden, also Z6 und Z7 Version 2, zwei Kartenslots jetzt eingebaut. Das war so ein Kritikpunkt, dass die nur einen Slot hatten. Die haben noch einen SD-Slot reingedübelt, oder? Den XQD-Slot, genau. Und jetzt gibt es zusätzlich zum XQD-CF-Express gibt es einen SD-Slot. Sorry, aber das XQD-Zeug ist auch, das war wirklich so ein Schlag ins Gesicht der Leute, weil das so eine XQD-Karte, dass man geguckt, was der Scheiß kostet, im Vergleich zur SD. Du kannst auch nur SD-Karten kaufen. Oh, du. Ne, sorry. Es ist schon bitter, ne? Aber gut, es ist halt nicht der Platz drin für zwei XQD-Slots. Ich nehme an, dass das so das Hauptproblem ist in dem Gehäuse. Aber jetzt haben sie eben noch einen SD-UHS-2-Slot mit drin. Jetzt kann man entweder beide parallel benutzen, eben als Backup-Hochzeits-Shooter, haben sich da ja hauptsächlich oder zum großen Teil beschwert. Aber eben auch die User, die eben SD-Karten haben und die gerne weiter benutzen wollen, können jetzt auch nur den SD-Karten-Slot benutzen, wenn sie möchten. Finde ich gut. Dann ist die Software da drinne etwas besser. Ich glaube, sie haben auch einen schnelleren Prozessor drinne. Nagelt mich nicht fest. Ich glaube, ja, den Nachfolger. 4K-Aufnahme-Video macht sie jetzt mit 60 Bildern in der Sekunde. Alle beide. Die Z6 Mark II allerdings erst im Februar nächsten Jahres. Da wird sie noch mal ein Firmware-Update geben. Also ab Start weg kann sie das wohl noch nicht. Fand ich auch ganz interessant. Was ich besonders interessant finde an dieser Ankündigung, das ist das erste Mal, dass Nikon Mark ... verwendet. Das war bisher Kanon, wie das gemacht hat. Schreiben Sie tatsächlich Mark hin? Ich glaube, sie heißt offiziell Mark II. Das ist die Bezeichnung, die ich jetzt überall gesehen habe. Weil ich sehe halt immer die 2 dahinter, die römische 2. Aber ich höre überall, und zwar, glaube ich, auch von Nikon, dass sie Mark II sagen, was ... Kann schon sein. Ja, was bisher eher so die Kanon-Domäne war. Einfach die Benamsung, ne? Das, ähm, ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob es Nikon selbst gesagt hat. Ich rede halt von Mark II und die Blogs schreiben davon. Auf den offiziellen Seiten sehe ich immer nur römisch 2 dahinter. Kein MK und kein Mark. Schauen wir mal. Autofokus ist verbessert. Also das wird auch dem neueren Prozessor zu verdanken sein. Das heißt, Augen-Autofokus und Tier-Autofokus auch im Wide Area, also wenn man großen Bereich nimmt für den Autofokus. Und auch besser bei wenig Licht. Dann macht sie 14 Bilder die Sekunde, die Z6, also Version 2, und 10 Bilder die Sekunde, die Z7 Mark II. Ja, weniger, weil höhere Auflösung halt. Die Auflösungen haben sich nicht geändert bei beiden. Das waren ja irgendwie 24 Megapixel und 45 oder sowas. Und was sie jetzt auch beide neu haben, weil das Gehäuse ist quasi identisch mit dem Vorgänger, aber nur quasi, denn es gibt Anschlüsse für den neuen Batterie-Porträtgriff. Das ist ein Batteriegriff, wo eben zwei Akkus reinpassen und wo noch ein Auslöser und ein Einstellrädchen dran ist für Hochformataufnahmen. Das ist der MB-N11. Auch lustig, 11 sieht fast aus wie römisch 2. Der ist jedenfalls auch neu, kann an beide Kameras angeschlossen werden. Ist doch auch eine witzige Sache. Genau. Sensoren sind gleich geblieben, 24, 45 Megapixel. Elektronischer Sucher ist der gleiche. Klappdisplay ist wie vorher. Da hat sich nichts getan. Und kommen sie nacheinander. Und zwar kommt erst im November 2020 die Z6 Mark II für 2.000 Dollar. Der Body im Kit dann für 2.600 und die Z7 kommt im Dezember 2020 für 3.000 Dollar. Also ein Tausender mehr und 3.600 dann im Kit. Im Kit ist das 24 bis 70 Blende 4. Und der genannte Batteriegriff, der MB-N11, der soll auch schon im November kommen für 400 Dollar. Mich haben diese glatten Zahlen überrascht. Also es sind nicht 1.999 oder so, sondern es sind 2.000 Dollar. Ja, vielleicht sind, ich meine, man sagt ja, dass so aus psychologischer Sicht so 99er Preise besser ziehen. Aber ich glaube, die Leute sind halt auch nicht mehr so doof wie früher, oder? Oder meine Quelle hat es schon für mich gerundet. Das kann natürlich auch sein. Und Europreise werden eh krumm sein, weil wir haben ja gerade 16% Mehrwertsteuer. Das ist eh alles anders. Das ist denen egal. Das werden wieder so psychologische Verkaufspreise. Weißt du, das Ding ist so viel wert, wie die Leute bereit sind zu zahlen. Ganz einfach. Na, selbstverständlich. Na gut. Ich finde das jetzt aber nicht übertrieben, ehrlich gesagt. Also, ist okay. Kann man machen. Gut. Lass uns mal die Marke wechseln, um hier den Proporz zu beharren. Wir müssen über Canon reden. Es gibt da nämlich auch was Neues. Ja, und zwar gibt es von Canon die M50 in der Version Mark II. Und hier heißt sie dann auch Mark II. Das ist die APS-C Kamera ohne Spiegel von Canon, die relativ beliebt ist, ganz offensichtlich. Ähm, 24 Megapixel hat sie im APS-C Format. Das bleibt auch so. Ähm, und auch hier ist eigentlich nur, ja, ich würde mal sagen, eine sachte Überarbeitung. Autofokus ist verbessert worden. Sie schreiben zum Beispiel Gesicht und Augen, Autofokus und das Tracking vor allen Dingen auch im Video. Ähm, das Display kann angetippt werden, während man durch den Sucher guckt, um den Autofokus zu starten. Das ging wohl vorher nicht. Ähm, Vertical Video Support für halt, weiß ich nicht, Instagram und Konsorten. Ähm, Livestream Support, das fand ich ganz interessant. Das heißt, die Kamera soll selbstständig Wireless zu YouTube streamen können. Ich nehme an, dass das über die Wi-Fi-Verbindung funktioniert. Das geht ja wieder über ein Smartphone oder sowas. Ja, ich glaube, die Kamera selbst, die hat ja Wi-Fi. Ach, du meinst, im, im, ach so, wenn du zu Hause bist, dass sie direkt mit dem YouTube-Server redet. Exakt. Nur YouTube oder auch andere? Das heißt, du brauchst eine Wi-Fi-Verbindung, nee, nur YouTube zunächst. Ob dann noch mit Firmware-Update kommt zu Twitch oder Ähnlichem, weiß ich nicht. Aber YouTube, haben sie geschrieben, ist drin. Und so wie ich das verstanden habe, soll der Kamera-Body das können. Das ist natürlich interessant. Und es soll einen Clean-HDMI-Out geben, wenn man das eben benötigt. Wenn sie das heute nicht machen würden, dann aber gute Nacht. Und sie ist natürlich für die Webcam-Nutzung über dieses EOS-Webcam-Utility vorbereitet, dass man auch da ein klares Bild hat ohne Crop. Video macht sie 4K, 24 Bilder. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Also keine 30 Bilder die Sekunde, wie beim Vorgänger auch. Ich weiß nicht, ob das mit der CPU oder mit der Speicherkarte zu tun hat. Und die Kamera soll auch im November 2020 kommen für schlanke 600 Dollar für den Body und 700 Dollar im Kit mit dem 15 bis 45 Millimeter. Das, finde ich, ist auch ein fairer Preis. Also anständige Weiterentwicklung, keine Revolution, aber eine Evolution. Auf das Streaming wäre ich mal gespannt, wie das funktioniert tatsächlich. Dann gibt es aber eine neue Runde von... Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Markt ist, das Streamen. Also ich habe mich ja mit dem Thema tatsächlich intensivst beschäftigt. Und ich weiß nur, dass die meisten Leute, der Großteil der Leute, entweder haben sie ein Smartphone, von dem sie streamen, weil da ist ja eh alles schon eingebaut. Das stimmt. Und gut genug, beziehungsweise teilweise besser als die dicken Kameras sogar in mancher Hinsicht. Dass das eine und das andere ist, wer das ein bisschen intensiver machen möchte, der hängt die Kamera an einen Rechner und hat da UBS oder sowas drauf laufen. Also sprich einen Switcher, mit dem man dann auch noch ein paar andere Dinge machen kann, nämlich das, was wir hier zum Beispiel machen. Ich glaube, der Markt, also von einer Spiegelreflex oder von einer spiegellosen Kamera mit größerem Sensor direkt nach... Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch in der falschen Cloud hier, in der falschen Bubble oder so. Also für uns wird es nicht sein, aber ich denke, wer sagt, ich möchte ja jetzt auch mal bei YouTube einen Livestream machen oder, ja, weiß nicht, bist ein kleines Unternehmen oder sowas und willst jetzt mal was zeigen, ohne jetzt einen riesen Setup aufbauen zu müssen. Wenn ich mir vorstelle, du stellst diese Kamera dahin, hast noch ein vernünftiges Mikrofon dran und baust halt ein bisschen Licht auf und du kannst direkt diese eine Perspektive streamen und dann hast du zwischendurch mal irgendeinen Mitarbeiter, der die Kamera woanders hinstellt oder den Ausschnitt ändert. Ich sage mal so, warum nicht? Ich glaube aber, du kannst nicht mehrere Kameras bei YouTube kombinieren auf einen Stream, ne? Ich glaube, das geht nicht. Nee, eben nicht. Du kannst halt eine Verbindung zu einem Stream machen und was du da drüber schiebst, wird gestreamt. Und wir schicken halt... Gleichfalls kann man ja schon was, was wir nicht wissen. Also wir schicken ein Komposit hin, also sprich ein fertiges Produkt quasi, was dann gestreamt wird. Und ja, wenn du da eine Kamera hinschickst, dann bin ich mir sicher, dass auch nur diese Kamera gestreamt wird. Nee, egal. Und wenn du die ganze Kamera da hinschickst, dann hast du ja nicht mal mehr eine. Auch schwierig. Worüber ich aber lästern möchte, ist der neue Blitz, den Canon vorgestellt hat, nämlich das Canon Speedlight EL1. Das sieht aber schon mal sehr amtlich aus, was die da gemacht haben. Ja. Ja. Was ist da, ist da was kaputt? Ja, pass auf. Das ist von der Form her ein klassischer, professioneller Aufsteckblitz. Ja, wie man die kennt. So schaut der halt aus. Und den haben sie jetzt ein bisschen gepimpt. So, pimp mal Aufsteckblitz. Da steckst du nämlich keine normalen Akkus mehr rein, also keine viermal Doppel-A-Akkus oder sowas, sondern da steckt ein Lithium-Ionen-Akku drin. Das machen einige Hersteller sehr gerne für besondere Leistungen. Wenn du den besonders schnell wieder einsatzbereit haben musst oder viele Auslösungen machen willst, schnelle Auslösungen, dann brauchst du einfach ein gewisses Energiepaket. Das ist hier halt wohl offensichtlich auch der Fall. Deswegen ist ein Lithium-Ionen-Akku drin, sie sagen, für bis zu 335 Aufnahmen. Muss jetzt davon ausgehen, dass sie das bei voller Leistung meinen. Sie sagen, das Ding kann bis zu 170 Auslösungen am Stück machen, ohne zu überhitzen. Das ist natürlich mal eine Ansage. Sind das 170 Auslösungen bei voller Leistung? Davon muss ich einfach immer ausgehen, wenn sie das sagen, weil ansonsten ist es kein Kunststück. Das können alle. Wenn du da mit einer 128. Power rausgehst, dann kannst du auch ein Stroboskop draus machen. Ja, wahrscheinlich. Also ich muss von voller Leistung ausgehen. Und da ist das schon so, dass Blitze gerne mal überhitzen können. Die werden verdammt heiß vorne. Wer das mal ausprobiert hat, da kann man auch seine Folien, die man da vorklemmt, mitschmelzen. Damit muss man nur mal so einen Blitz auf voller Leistung stellen und vorne die Hand drauf tun und auslösen. Dann merkt man relativ deutlich, wie viel Infrarot da rauskommt. Absolut. Also du merkst den Schlag, nenne ich es mal. Das erreichen sie allerdings, indem sie ein aktives Kühlungssystem benutzen, schreiben sie. Und ich frage jetzt einen Lüfter. Also könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob sie da ein Piezo-Element drin haben oder ob das über einen Lüfter funktioniert. Oh, dann ist aber die Batterie gleich leer, wenn du da so ein Pelletier-Element reinpackst oder sowas. Also sie schreiben aktives Kühlungssystem. Kleinen Lüfter, oder? Vielleicht kommt auch ein Auszubildender mit, der pustet. Ich weiß es nicht. Man sieht ja auf dem Bild nur, auf den Pressebildern sieht man es nur von vorne und von hinten, aber nicht von unten. Vielleicht sind da unten die Kühlrippen oder so. Und du siehst auch nur die eine Seite und nicht die andere Seite. Keine Ahnung. Dann hat es ein LED-Einstelllicht. Das ist natürlich praktisch. Also wer schon mal Strobus gearbeitet hat, der weiß, zumindest in einer dunklen Umgebung kann ein Einstelllicht hilfreich sein. Wie hell jetzt dieses LED-Einstelllicht ist, das muss man natürlich mal ausprobieren. Ja, dann hat sich die Bedienung geändert. Es gibt ein Joystick und es gibt ein Noise-Display, Menü-Layout und so weiter und so fort. Und sie schreiben eben eine drahtlose Synchronisation auf den zweiten Vorhang. Wo ich jetzt sage, das ist doch bei ETTL sowieso so möglich. Also drahtlos heißt ja durchaus auch per Lichtsignal. Also ich weiß jetzt nicht, wo das Besondere da dran ist. Heißt das das tatsächlich? Drahtlos ist alles, wo du kein Draht hast. Okay, aber das, ich meine, das wäre natürlich interessant, weil wenn du, wenn du die, also zweiter Vorhang, wenn du die drahtlose lichtgesteuerte Auslösung, also sprich Infrarot oder sonst welche Auslösung machen möchtest, dann passiert das ja über Signale, also sprich über Signalblitze. Da wird also irgendeine Sequenz hingemorst quasi sehr, sehr schnell. Der Blitz erkennt das als, oh, das ist ein Kommando und dann löse ich das jetzt mal, dann löse ich mal entsprechend aus. Exakt. Nach dem, was das Kommando mir gesagt hat. So, wenn du jetzt auf den zweiten Vorhang das machen möchtest, dann musst du ja quasi, ähm, dann muss ja quasi die Kamera, bevor sie den Vorhang runterlässt, nochmal ein Signal schicken, das braucht eine gewisse Zeit. Das heißt, du musst die Firmware entsprechend anpassen, oder nicht? Nö, das machen die Blitze schon seit jeher mit ETTL, mit den Lichtsignalen. Also, ich würde jetzt mal simpel gesagt sagen, bevor sie auslöst, sagt sie, ich löse jetzt aus mit einer so und so viel Belichtungszeit und dann weiß der Blitz, mit welcher Verzögerung er blitzen muss und dann ist er auf den zweiten Vorhang synchronisiert. Das heißt, der kriegt das am Anfang gesagt und macht das dann, zählt dann quasi selber die Sekunden hoch und. Vermute ich, dass das so läuft, weil das machen sie alle. Ach so, vielleicht macht das da jetzt anders, vielleicht gibt er jetzt kurz vor Ende des zweiten Vorhang. Ich weiß nicht, worum das so herausgestellt wird. Entweder verstehe ich da was nicht oder wie auch immer. Interessanter ist da schon wieder die minimale Leistung. Du kannst sie nämlich runterregeln, also häufig kannst du Blitze auf eine 64. Leistung oder auf eine 128. Manche auch auf eine 256. Leistung runterregeln. Diesen hier kannst du runterregeln auf eine 8192. Also ich sag mal auf eine 8000. Leistung. Das ist dann aber auch nicht mehr viel. Das ist, wenn du ganz kleine Sachen blitzen möchtest. Hier, Jochen, live unser Extended Memory, aka Slack-Kanal, dienstags 18 Uhr. Jochen hat uns gerade mal nachgelesen. Kanon schreibt zu den 160 Blitzen ohne Überhitzen. Bei 23 Grad Celsius mit Lüfter auf ein und vor Erreichen der Blitzauslösebeschränkung Stufe 1 ohne Blitzadapter. Also mit Lüfter. Das Ding hat einen Lüfter. Jetzt haben wir das geklärt. Einen Lüfter. Danke, Jochen. Also minimale Leistung, eine 8000. Da muss man sich auch überlegen, wer da die Zielgruppe dafür ist. Es ist schon manchmal sinnvoll. Meine Blitze gehen halt auf eine 64. runter. Manchmal hätte ich schon gerne noch eine 128. oder eine 256. Aber wenn ich noch weiter runtergehen würde, dann müsste ich mich fragen, ob ich das nicht auch mit einer Taschenlampe machen könnte, mit Dauerlicht. Weil viel ist es dann auch nicht mehr. Also auch das lasse ich mal so im Raum stehen. Naja, Moment. Das ist wahrscheinlich das technisch Mögliche. Moment, du hast natürlich eine ... Mach, mach. WhatsApp, WhatsApp. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht ist das Ding ja einfach verdammt hell, sodass man so weit runterregeln muss. Weil das ist ja das Problem, wenn du irgendwie so einen 2000 Wattsekunden Studio-Blitz hast. Den willst du auch richtig tief runterregeln können, was meistens nicht geht. Der ist aber gar nicht so wahnsinnig hell, aber da kommen wir gleich dazu. Was wieder gut ist, er ist aufgeladen, schreiben sie von 0,1 bis 0,9 Sekunden. Jetzt ist natürlich die Frage, was meinen sie damit? 0,9 Sekunden bei voller Leistung und 0,1 Sekunden bei was? Bei einer 8000-Leistung? Also ich ... Da fehlen mir Angaben. Du, das ist eine Pressemitteilung. Ich sag mal, eine knappe Sekunde bei voller Leistung wieder aufladen, das ist ein Schnack. Das ist schon schnell. Das ist gut für einen Aufsteckblick. Will ich gar nichts gegen sagen. Finde ich gut. Dann hat das Ding einen Zoom eingebaut von 24 bis, jetzt halte ich fest, 200 Millimeter. Ja. Ja, also hat einen ziemlich großen Zoom-Bereich ab. Wir kennen das von den Zoom-Reflektoren, dass die so ... Also 24 Millimeter ist eigentlich normal vorne beim Anfang und dann gehen manche halt so bis in den 80-Millimeter-Bereich rein. Die von Canon, die größeren, die gehen so in diesen 105-Millimeter-Bereich rein und dieser eben bis 200. Das heißt immer bezogen auf Vollformat, wenn der Blitz oben auf der Kamera draufsteckt, dass wenn du eben zum Beispiel ein 100 Millimeter Objektiv dran hast, dann siehst du ja nur einen Ausschnitt irgendwo in der Ferne und dann muss der Blitz ja nicht irgendwie alles drumherum ausleuchten, sondern er muss ja nur diese 100 Millimeter ausleuchten, die du auch siehst. Also den Bildausschnitt, den du mit 100 Millimeter siehst. Das ist der Sinn von diesem Reflektor, damit man die Energie, die man zur Verfügung hat, möglichst weit transportieren kann. Mit 100 Millimeter wirst du ja wahrscheinlich etwas Entferntes blitzen. Und dieser geht eben bis 200 Millimeter. Das ist auch, also habe ich bisher noch nicht gesehen. Das ist, finde ich, etwas Besonderes. Also haben sie da eine andere Optik quasi drin. Ja, der Reflektor oben hat halt einfach noch mehr Möglichkeiten. Alles gut soweit. Das ist gut, kann man sagen. Und das ganze Ding ist wettergeschützt und zwar äquivalent zu der EOS-1D-Serie. Das heißt, da wirst du auch draußen im Regen mit rumlaufen können. Bevor du gleich noch weitermachst, ich habe eine Idee, warum die Energie so weit runtergefahren werden kann. Von wie viel reden wir da? Von einem 80.000, nee, oder? Ein 8.000. Ein 8.000. Und zwar werden Blitze ja kürzer, wenn sie weniger Energie absondern. Sondern das heißt, du kannst damit wahrscheinlich Bewegung besser einfrieren. Wenn du jetzt mal überlegst, da im wissenschaftlichen Bereich zu arbeiten, da reden wir dann tatsächlich, ich meine, so ein Blitz bei voller Leistung, der blitzt ja mal eine 500stel Sekunde, eine 200stel Sekunde oder so. Ja, eine 200stel so ungefähr. Und wenn du den jetzt tatsächlich so weit runterkürzen kannst, dann reden wir da tatsächlich von extrem kurzen Zeiten, die du damit einfrieren kannst. Da hast du dann vielleicht nicht so viel Leistung, kannst aber mit höherer ISO das wieder kompensieren. Und für die eine oder andere, vielleicht sogar wissenschaftliche Anwendung, ist das wahrscheinlich interessant. Also das finde ich ein ganz brauchbares Feature. Echt wenig. Aber sie werben nicht damit. Das heißt, vielleicht ist es auch nicht so. Sie werben damit. Ja, sie werben mit der niedrigen Energie. Sie werben aber nicht mit der Kürze der Zeit, die dadurch möglicherweise erreicht wird. Das heißt, vielleicht ist das tatsächlich bei dem Blitz nicht ganz so. Wobei ich könnte mir schon vorstellen, dass das richtig was bringt. Aber okay. Es ist halt wirklich nicht mehr viel da. Ja, also da wirst du wahrscheinlich schon, wenn du Tröpfchen aus dem Wasserhahn einfrieren willst. Also erst mal brauchst du es so kurz nicht, weil das schafft ein Jung Nuo dann auch schon. Und wenn du es dann doch so kurz brauchst, dann brauchst du schon wahrscheinlich recht hohe ISO an der Stelle. Könnt ihr ja mal ausrechnen, denn jetzt kommen wir zur Leistung. Weil ich dachte, okay, wenn ich auf eine Achttausendstel runterregeln kann, von der Leistung her, dann muss das Ding ja bombenhell sein. Was hat denn der? Also mal so umgerechnet in Wattsekunden. Weil wir sagen, so ein Standardblitz, den rechnet man so mit 50, 60 Wattsekunden. Die ganz großen von Nikon und von Canon, die kann man mal so mit 70, 80, vielleicht 90 Wattsekunden Aber dann ist es schon richtig viel für einen Aufsteckblitz. Das ist schon richtig viel für einen Aufsteckblitz. Und dann dachte ich mir, okay, wie viel wird denn das hier wohl sein? Und sie geben die Leitzahl an mit 60, wohlgemerkt bei 200 Millimetern. Was? Das ist ein bisschen irreführend, denn der Speedlight, der 580 EX, der ist angegeben mit einer Leitzahl von 58, also fast 60, bei 105 Millimetern. Das heißt, der 580 EX leuchtet einen Bildbereich von 100 Millimetern mit der Leitzahl von fast 60 aus. Und dieser Aufsteckblitz schafft einen viel engeren Ausschnitt mit der Leitzahl von 60. Jetzt ist das natürlich immer bezogen auf eine Entfernung. Also man redet ja von, es sind 60 Meter bei Blender 1 und ISO 100. Über Leitzahl haben wir ja schon mal geredet. Das ist ja so ein ganz Wischi-Waschi-Dingens. Naja, es ist nicht Wischi-Waschi, es ist schon definiert. Das heißt, 60 Meter bei Blender 1 bei 200 Millimetern. Das ist das Problem. Wenn du jetzt aber die 60 bei 200 Millimeter vergleichst und sagst, du kommst, also du kriegst eine gute Belichtung bei 60 Metern mit 200 Millimeter hin und der andere macht bei 58 Millimeter mit 105 Millimeter, also viel größeren Bildbereich, die gleiche Belichtung, dann ist doch der EL1 dunkler. Das habe ich nicht begriffen. Also vielleicht kann mir das mal einer ausrechnen. Meiner Meinung nach ist der dunkler als der 580 EX. Okay. So habe ich das jetzt verstanden. Wir können da gerne mal verlinken, wo die Leitzahl erklärt wird. Ich habe da mal einen Link rausgesucht, für alle, die das mal nachrechnen wollen. Wirf mal in den Slack. Schaut das mal aus, rechnet das mal aus. Und ich habe auch eine Seite gefunden, wo mal so überschlägig erklärt wird, wie man denn die Leitzahl auf Wattsekunden umrechnen könnte oder analysieren könnte. Das kann man nicht eins zu eins umrechnen, aber man kann sich da annähern. Und jetzt halte ich fest, dieser Blitz kommt im Februar 2021, ist also tatsächlich erst mal nur angekündigt. Und jetzt, du glaubst nicht, was dieser schnuckelige Aufsteckblitz kostet. Trommelwirbel. Lass hören. 1150 Euro. Ich habe es gerade im Slack schon gelesen. 1150 fucking Euro für einen Aufsteckblitz mit einer Leitzahl 60 bei 200 Millimeter. Ja, er lässt sich verdammt weit runterregeln, wenn das einer braucht. Ja, er kann bis 200 Millimeter zoomen, wenn das einer braucht. Und ja, du wirst damit im Regen blitzen können, wenn du das brauchst. Es wird Leute geben, die den kaufen. Wie es immer Leute gibt, die was können kaufen. Also, den Reporter möchte ich sehen, der den braucht. Unfassbar. Ich habe jetzt mal nur mal so Gedanken, nur mal so ein Gedankenspiel. Nehmen wir mal an, du brauchst einen starken Blitz, weil ich erst mal dachte, der EL1 wäre stark, bis ich das mit der Leitzahl verstanden habe. Nehmen wir mal an, du brauchst einen starken Blitz, dann guckst du mal bei Godox. Bei Godox gibt es zum Beispiel einen AD200. Ja, das ist kein Aufsteckblitz, aber solche Blitze wollen wir nun eigentlich sowieso nicht auf der Kamera haben, sondern wenn wir blitzen, wollen wir ihn eh von der Kamera auf ein Stativ stellen. Ist so. Dann nimmst du so einen Godox AD200. Der hat 200 Wattsekunden. Alter Schwede. Der hat auch einen Lithium-Ionen-Akku für 500 Auflösungen, statt für 300 irgendwas. Du hast einen High-Speed-Sync, bis zu einer 8000 Sekunde. Du kannst den per Kabel oder optisch mitblitzen lassen, wenn du möchtest. Der hat ein Wireless-Funksystem auf 2,4 Gigahertz eingebaut. Du kannst sogar vorne den Reflektor austauschen gegen Bear Bulb, sodass du ein Rundum-Licht hast. Kann auch sehr praktisch sein. Oder wenn du den in Standard-Lichtformer reinsetzen willst. Und dieses Monster gibt es für so um die 250 bis 370 Euro, je nachdem, ob du einen alten oder neuen nimmst. Da muss man mal schauen. Es gibt einen Pro und einen nicht Pro. Ja, 250 bis 370 Euro. Du kriegst also ein ganzes Set davon für den Preis von einem EL1. Oder gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Nimm mal an, du willst tatsächlich Portraits mit Blitz machen. Strobes, was ich liebe, was ich auf den Workshops immer gerne zeige und meine Begeisterung schwingt da, glaube ich, deutlich für rüber. Nun nehmen wir mal an, bleiben wir mal bei Young Duo. Du nimmst dir einen Young Duo 560. Der kostet so um die 70 Euro. Da ist schon ein Funkempfänger mit eingebaut. 70 Euro. Dann nimmst noch einen Funksender, wo du Gruppen einstellen kannst, den du oben auf die Kamera schnallst, den Young Duo 560 TX zum Beispiel. Der liegt irgendwo bei 40 Euro rum. Den hat unser Sponsor übrigens. Das ist jetzt keine Werbung vom Sponsor. Gibt es alles beim Sponsor. Dann suchst du dir noch ein Stativ, zum Beispiel so einen Manfrotto Nano oder irgendeinen Nachbau. Den kriegst du für 50 Euro oder da drunter, je nachdem, ob du das Original oder den Nachbau nimmst. Dann noch einen Schirmneiger für einen Zwanni, noch einen Schirm für einen Zwanni oder 30 Euro obendrauf. Dann bist du in Summe bei 160 Euro für einen Blitz mit Formern und Stativ. Aber Boris, da steht nicht Kanon drauf. Du hast für 160 Euro schon mehr fucking Möglichkeiten als mit dem einen EL1. Und jetzt halte ich fest, jetzt holst du dir drei davon. Drei Stative, drei Neiger, drei Lichtformer, drei Blitze. Dann hast du 560 Euro für die drei Lichter mit dem Funkauslöser. 560 Euro. Da hast du noch 630 Euro über. Da kannst du noch eine M50 Mark II verkaufen. Oder einen Workshop besuchen. Also. Kanon. Echt jetzt? Ich würde sagen, da werden sich jetzt wahrscheinlich die einen oder anderen melden. Also, wer jetzt diesen Blitz für total das Richtige hält und den kaufen möchte, dann würden wir uns gerne, würden wir gerne mal eure Begründung dafür hören, warum der für euch genau der Richtige ist. Vielleicht löst der genau das eine Problem, was jemand hat und dann wird das oder Kanon versucht gerade einfach mal die Preise ein bisschen anzuziehen, weil die Blitze bisher immer so billig waren. Oder? Vielleicht haben sie sich auch nur in der Kommastelle vertan. Meinst du? Und der kostet 115 Euro. Das glaube ich jetzt wieder gar nicht. Ich meine, man muss schon sagen, diese Kanons, ich habe ja auch einen Kanon-Blitz, ich weiß gar nicht mehr welchen, weil den habe ich so wenig verwendet bisher. Ich habe einen 540, glaube ich. Ja, so einen 500, irgendwas habe ich. Die sind ja schon richtig gut gebaut. Ja, das ist wie so ein kleiner Mercedes. Da stimmt die Spaltmaße, da ist irgendwie alles, alles wie es sein soll. Das ist gut. Weißt du, wenn der jetzt noch, was hat der für, der hat einen wechselbaren Lithium-Ionen-Akku, sagst du? Er hat einen Lithium-Ionen-Akku, ob der wechselbar ist, steht da nicht. Oh, okay. Was ich zum Beispiel cool fände, ist, wenn da so ein ERP-6 reinpassen würde, der auch in die Kameras reinpasst. Das wäre, das ist ja nicht der Fall. Das wäre aber geil, so Sachen können sie machen. Das wäre geil. Dann würde ich sagen, boah, das ist ja mal gut gedacht, aber ich, aber, naja. Lasst uns wissen, schickt uns einen Audio-Kommentar, schickt uns einen Video-Kommentar. Oder erklärt es mir wenigstens. Genau, ich verstehe es auch nicht ganz. Ja, Kanon, es ist super. Unfassbar. Na gut. Unfassbar. Lass uns mal. Unfassbar. Lass uns mal zu was androhen. Kannst du auch Models für buchen? Das ist super. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden heute wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Das sind die mit dem Foto-Zubehör. Und ihr bekommt natürlich auf jede Bestellung 5%. Wenn ihr unseren einmaligen Gutschein-Code Happy Shooting 2020 verwendet bei enjoyyourcamera.com. Wir stellen euch heute mal was Interessantes vor. Und zwar ist das, glaube ich, für Menschen, die da zum Beispiel Landschaften oder solche Sachen fotografieren möchten. oder die mit Wasser arbeiten möchten. Und da reden wir ja gerne mal von den Filtern. Da gibt es also dann so ND-Filter, die die Belichtungszeit runtersetzen. Es gibt ND-Grad-Filter, die dann den Himmel abdunkeln können. Und dann kriegt man da ganz interessante Sachen hin. Und jetzt ist diese Frage nach dem A-Filtersystem. Was brauche ich denn? Was packe ich mir da für ein Ding drauf? Und dann muss ich mir noch einen Filter organisieren und noch dies und noch jenes. Und was hat jetzt enjoyyourcamera.com ein Programm von Lee Filter, das Develop-Kit-Filter-Set. Und zwar ist das ein Komplett-Set. Und das macht mal Sinn. Also, wir reden nämlich nicht nur von einem Filterhalter, sondern da ist auch gleich ein Set von Objektivadaptern drin. Das kannst du an deine 58, 67 oder 72 Millimeter dran machen. Dann gehört ein ND-Grad-Filter dazu und noch ein ND-1000. Und damit kannst du schon ganz ordentlich arbeiten. Alles schön in einem Set. Das sind die 85 Millimeter. Die sind so ein bisschen schmäler. Also, das würde ich jetzt zum Beispiel auf meinen 82er nicht drauf kriegen. Aber für die Kameras, die, sagen wir mal, so mit APS-C oder Micro Four Thirds daherkommen und dann eben kleinere Durchmesser haben an den Objektiven, ist das ein komplettes Set, was alles hat, was man braucht, um damit mal loszulegen. Auch für ein Full Frame, wenn du jetzt keine solche monströsen Optiken hast. Wenn du kleinere Optiken hast, geht das auch. Und wie gesagt, das ist einmal der Filterhalter, der ist aus Alu, so wie das aussieht, aus edoxiertem Aluminium. Dann entsprechend die passenden Filter dazu in der richtigen Größe. Also das ist so, das löst tatsächlich ein Problem, was ich bisher immer hatte bei diesen Sachen, nämlich dieses, oh, ich muss mir da so fünf Sachen zusammenstellen und gucken, dass das auch passt und das ist alles nicht so und was machen sie, sie packen das alles in ein Set und das ist sehr, sehr cool. Also finde ich sehr gut, das ist das Lee 85 Develop Kit und das gibt es jetzt bei Enjoy Your Camera und ja, fünf Prozent bekommt ihr, wenn ihr dann unseren Code Happy Shooting 2020 verwendet und wir sagen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Auf jeden Fall. Also so ein Tausender Filter ist schon praktisch, so für Wolken ziehen lassen oder Wasser. Ja, oder mal Wasser ein bisschen weich machen und so weiter. Da kannst du, da kannst du genau diese Sachen. Aber man braucht relativ schnell relativ dunkle Filter, also da verguckt man sich. Wenn man mit so einem Achtfach anfängt, da hast du nicht viel gewonnen. Ja, ja. Also ein Tausender ist schon geil. Passt schon, ist schon genau das Richtige so. Das wäre, das wären so die, das wären so die, die Größenordnungen, die ich mir da selber zusammenstellen würde. Der, der GND ist ein 06er, also der, der, der graduierte Verlaufsfilter und damit kannst du wirklich gut arbeiten. Also passt alles zusammen. Schlag zu. Gutes Ding. Bei enjoycamera.com. Wir sagen herzlichen Dank. Code happy shooting 2020. So, Daley. Sag mal, du bist doch der große Tilt-Shift-Fotograf. Du hast ja sogar mal ein Tilt-Shift-Workshop gemacht in New York. Groß ist jetzt, ist jetzt relativ. Aber ja, ich habe Tilt-Shift gemacht und mache das auch sehr viel. Ich muss bloß gerade parallel noch kurz einen Link rüber für die Shownote da kopieren. Du hast nämlich einen schönen Link in die Shownotes gelegt. Da hat auch jemand Tilt-Shift gemacht. Allerdings mit etwas, wo ich im Leben nicht drauf gekommen wäre, das überhaupt mal auszuprobieren. Es geht hier nämlich tatsächlich um Astro-Fotografie. Und als ich das Ergebnis gesehen habe, da hat es mir ja wirklich fast die Socken weggezogen. Da hat jemand den Andromeda-Nebel mit Tilt-Shift fotografiert. Erklär doch mal. Ja, also was, was der Tilt-Shift. Shift ist nicht das Thema. Es geht um Tilt. Und zwar um das Kippen. Also wenn das die, die Kameralinsen sind und dann parallel dazu hast du... Chris hält seine Hand senkrecht. Genau, ich halte jetzt meine Hände mal so senkrecht. Chris hält seine zweite Hand senkrecht. Und jetzt, und jetzt kippst du quasi eine, dein Objektiv. Chris kippt seine rechte Hand. Du brauchst das nicht sagen. Das mache ich schon. Achso, ich mache das Voice-Over. Nee, das machst du nicht. Also du kippst die Linse, dann kippt die Schärfenebene. Und das ist ein Effekt, der erstmal, ja, so ein bisschen aussieht, wie Schärfentiefe oder geringe Schärfentiefe. Da werden Sachen, die da nicht jetzt in dieser Schärfenebene liegen, werden eben unscharf. So wie Bokeh funktioniert, wie Unschärfe beim Foto funktioniert. Nur, dass das eben nicht mehr so parallel zur Kamera ist, sondern schräg im Raum liegt. So, jetzt kannst du das ein Stück weit nachbilden und zwar mit digitalen Mitteln, dass du einfach sagst, okay, ich mache jetzt oben und unten ein Bild irgendwie unscharf und dann ist dieser Effekt ein bisschen nachgebildet. Wenn du das aber in echt machst, dann sieht das auch nochmal echt anders aus. Unter anderem bekommst du eben diesen Effekt, dass Sachen, die groß sind, aussehen wie Miniaturen. Und was hat dieser Mensch jetzt gemacht? Der hat das mit dem Andromeda-Nebel gemacht. Der hat sich an seinen Teleskop, einen sogenannten T-Adapter, so einen Teleskop-Adapter gebaut und hat sich da einen selbstgebauten Tilt-Adapter drauf gemacht. Und ich kann euch nur raten, schaut euch dieses Foto mal an, falls ihr jetzt nicht gerade das Video schaut. Es ist sagenhaft, wie diese Andromeda-Galaxie mit den umliegenden Sternen jetzt tatsächlich sich so anfühlt, als ob die irgendwie klein in der Handfläche passen würde. Ja, und vor allen Dingen, es sieht jetzt tatsächlich nicht mehr so aus, als ob du gegen eine Fläche am Fernament schaust. Also der Sternenhimmel erscheint ja für uns Menschen nicht dreidimensional. Der hat ja keine Tiefe, sondern das ist einfach ein flacher Himmel mit verschiedenen hellen Punkten. Und das Ding hat jetzt plötzlich Tiefe. Und plötzlich hat das Ding eine Tiefe. Und man sieht plötzlich wirklich, wo bei der Galaxie vorne und hinten scheinbar zumindest ist. Und Sterne, die scheinbar im Vordergrund liegen und scheinbar dahinter liegen. Also du kriegst plötzlich wirklich den Eindruck, diese Galaxie klebt nicht mehr am Himmel, sondern liegt auf einem Tisch, den du dir von oben anschaust. Also der Effekt ist der Wahnsinn. Und er vergleicht den da ja auch nochmal mit dem digitalen Effekt, weil einige gesagt haben, was machst du dir so einen Aufwand? Da ist auch beschrieben, was er sich da alles hingebastelt hat, damit er das so hinkriegt. Zeig mal gleich. Das kannst du ja alles digital machen. Und das vergleicht er da ja auch nochmal. Das ist das, was du eingangs gesagt hast. Der künstliche Effekt, der berechnete Effekt, der sieht eben anders aus. Der hat, der ist nicht schlecht, aber der macht halt andere Dinge, als die Optik das tut. Also hier im Video sieht man jetzt mal, was die Helligkeit von Bokeh angeht. Hier im Video sieht man jetzt mal den Adapter, den er sich gebaut hat. Also der ist schon extrem vom Winkel, wirklich. Da musste er schon ganz gut tilten. Und das sieht man jetzt hier, wie das an der Kamera am Teleskop dran ist, dass da überhaupt noch was ankommt. ist schon mal ganz interessant. Und ja, er hat das tatsächlich gemacht und hat das eben mit Software versucht. Und dieses Software-Tilt-Shift sieht halt bei weitem nicht so geil aus, wie das echte Tilt-Shift in diesem Kontext. weil das Software-Tilt-Shift halt die Unschärfe dann auch dunkler macht, dadurch, dass es dies verwäscht. Ja, das kannst du ja ein Stück weit, verlieren sie an Helligkeit. Kannst du ein Stück weit, kannst du es ausgleichen, natürlich digital, aber ... Aber du kriegst nicht dasselbe Ergebnis. Nein, du kriegst nicht dasselbe Ergebnis hin. Und das hat eben tatsächlich damit zu tun, wie weit die Sachen weg sind von dir, weil die dann anders gehandhabt werden. Währenddessen, wenn du das auf ein zweidimensionales Bild anwendest, diese digitale Form davon, dann hat das nichts mehr damit zu tun, wie weit die Sachen weg sind, weil auf dem zweidimensionalen Bild sind alle Sachen gleich weit weg von dir. Und das ist der Unterschied dabei. Und das ist jetzt hier eine unglaublich gute Illustration von diesem Effekt. Und da kann er stolz sein. Das ist ... Das ist richtig toll. Das ist echt gut. Er zeigt ja auch, glaube ich, das Ausgangsmaterial, was er hatte. Und erklärt ja auch, dass es nicht eine Aufnahme ist, sondern typisch Astrofotografie. Viele Aufnahmen, die dann eben noch gesteckt wurden und so weiter. Ja, da hat er dann ... Aber das Ganze halt mit einem Tilt zu kombinieren, das ist der Hammer. Wirklich. Also, der hat dann eben Stacking gemacht. Das hier ist jetzt mal, wenn man das Video schaut, so ein Frame vom Ausgangsmaterial. Also, da steckt ... Stark vignettiert. Stark vignettiert. Da steckt wirklich ... Also, das ist eben typisch eine Astrofotografie, dass man mit vielen Bildern arbeitet und die zusammenbastelt. Möglicherweise die gleiche Sache noch mal mit verschiedenen Filtern fotografiert und dann verschiedene Wellen und so weiter. Das ist ja eine ganz ausgefuchte Geschichte. Das ist schon eine Kunst für sich. Ganz, ganz klasse. Aber das habe ich tatsächlich noch nie vorher gesehen. Also, dass jemand auf die Idee gekommen ist, das zu machen und das hat mich insofern halt auch erstaunt, dass du denkst, also bei Astrofotografie wird schon so viel Energie reingesteckt, das immer besser zu machen und lichtschwächere Objekte rauszufinden. Also, auch jetzt für uns mit unseren normalen Kameras und das Stacking zu machen und das zu automatisieren und Software. Und also, da wird so viel Energie reingesteckt in diese technische Seite, das immer besser zu machen. Und jetzt kommt plötzlich einer und kombiniert diesen technischen Fortschritt mit einem kreativen Twist, auf den noch keiner vorher gekommen ist. Das finde ich wahnsinnig gut. Und ich frage mich wirklich, was wir so in Zukunft noch so sehen werden, wo Leute auf Ideen kommen, Dinge miteinander zu kombinieren, auf die einfach vorher noch keiner gekommen ist. Das ist toll. Hat mich echt begeistert. Cooler Link. Ja, das hört auch nicht auf mit dem Experimentieren. Apropos Experimentieren. Du hattest ja die R5 von Rolf da und hast mit der gespielt und hast da unter anderem, weil du kein RF-Objektiv hattest, hast du ja adaptierte Objektive dran getan. Ja. Oder unter anderem ein Sigma, mit dem du Probleme hattest. Korrekt? Ja, das 12 bis 24, das Ultra-Weitwinkel. Genau. Vor zwei Wochen kam, da habe ich mir aufbewahrt, kam ein Artikel auf Petapixel, wo sie das mal kurz untersucht haben, weil Sigma nämlich gesagt hat, ja, ihr könnt unsere Objektive verwenden, aber hier sind ein paar Sachen, die ihr beachten müsst. Du hattest eben Schwierigkeiten damit. Und mit dem Bildstabilisator, der gar nicht funktioniert hat. Genau, haben hier dazu geschrieben, dass sie dann tatsächlich mal geschaut haben, also ihre SGV Sigma Global Vision Interchangeable Lenses, das sind also die Contemporary, die Art und die Sportsline, dass die tatsächlich an der R funktionieren, problemlos, aber es sind sechs Sachen, die man beachten soll. Und das sind einmal, bitte auf jeden Fall die Firmware updaten, das ist nötig und wichtig. Geht bei meinem Objektiv nicht. Genau. Das ist vielleicht das Problem. Dann die Objektivkorrektur in der Kamera einzuschalten, also speziell Peripheral Illumination Correction und Lens Aberration Correction. Da gibt es so ein paar verschiedene, die man anschalten muss. Dann sollte man sich sehr klar sein, wo man den Autofokus benutzen kann, also sprich, welche Fläche des Sensors tatsächlich dann mit dem Sigma, mit Autofokus funktioniert. Das ist nämlich nur 80 Prozent der Fläche oder 80 Prozent der Höhe und 80 Prozent der Breite. Dann soll man Full-Time MF ausschalten für die In-Camera Stabilization. Also hier steht, for lenses without an optical stabilizer mechanism, the In-Camera Image Stabilization cannot be used when the Full-Time MF setting is set to Full-Time MF on via Sigma Optimization Pro. Das heißt, du musst dann über dieses Interface, da haben wir ja so ein USB-Interface, glaube ich, musst du quasi in der Linse, in dem Objektiv dieses Full-Time MF ausschalten. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Linse das überhaupt hat. Ich weiß das auch nicht. Vielleicht ist die schon zu alt, keine Ahnung, aber ja, dann musst du In-Camera Image Stabilization von Non-Global Vision Lenses musst du ausschalten und dann sagen sie, für alle anderen ist dann manueller Fokus nötig oder empfohlen, weil der Autofokus hat funktioniert. Das war halt wirklich nur der Stabi, der halt da freigedreht hat. Das hier ist quasi so ein Setting, was du in dem Objektiv abschalten musst, damit das gut funktioniert. Das schreiben sie hier. Wir verlinken das einfach mal in den Shownotes. Fand ich nur interessant, weil es dazu gepasst hat, zu dem, was du... Hätte mir wahrscheinlich bei meinem Objektiv nichts geholfen, aber das spricht dafür, dass das wieder so ein Klassiker ist, wo man das wahrscheinlich mal in Sigma schickt und die das entweder dort aktualisieren können bei den älteren Objektiven oder man ein Angebot für eine Nachfolgeoptik bekommt. Genau. Hatte ich ja schon mal, ne? Mit dem Tele, was dann an der neueren Kamera nur bei Offenblender ausgelöst hat. Ja. Naja. Sigma halt. Genau. Wo wir gerade bei Sigma sind, bleiben wir auch noch mal kurz bei Sigma. Und zwar hatten wir, war das die letzte oder vorletzte Sendung, hatten wir über... Der Titel erinnert mich an Muppets. Warte. Erinnerst du dich an die Sendung, wo wir über diese Kosmetik-Geschichte in der ISS gesprochen haben. Mit dem Fotoshooting. Genau. Mit dem Fotoshooting, wo die Astronautenstunde irgendwie 17.000 Dollar kostet oder so. Ja. Sigma schickt jetzt auch was hoch. Oder hat. Okay. Was hochgeschickt, und zwar zwei Kameras. Ist allerdings nicht ganz so spektakulär, kam nur irgendwie vom Timing her. Ganz interessant. Und zwar haben sie zwei Kameras into Space geschickt. Also ich mache hier Luftkommas. Und zwar um die Erde von 100.000 Feet zu capturen. Das sind 100.000 Feet, sind 18, Dingensmeilen, sind 30 Kilometer Höhe. Naja, okay. Da ist schon mal jemand mit einem Fallschirm gesprungen. Das ist okay. Nee, da gibt es ja so Firmen, die da solche Ballons hochschicken, die dann irgendwie die Kamera dran haben und die dann entsprechend ja irgendwie sich dann selber anschalten und dann den Flug dokumentieren. Und damit kannst du eben mit bestimmten Genehmigungen und so weiter kannst du eben solche Höhen hinbekommen. Dann kommt die Kamera am Fallschirm wieder runter. Und das hat dann wohl auch funktioniert. Also die kam dann wohl auch wieder runter. und ja, man sieht hier dann also ein Video auf der Website, wo sie dann ein bisschen erklären und zeigen, wie sie das gemacht haben. Also das Ding ist dann da oben tatsächlich in irgendwie 30 Kilometer Höhe und das ist so ein Behind-the-Scenes so ein bisschen und dann am Schluss landet das Ding wieder und sie finden es auch wieder. Da brauchst du dann entsprechend Funk. Ich finde das immer und so spannend, weil auf der einen Seite ist halt heutzutage etwas aus 30 Kilometer Höhe. Ja. Ja. In Zeiten von Google Earth ist das ein bisschen, hat das so ein bisschen die Würze verloren, oder? Ja, aber guck mal, wir haben uns dran gewöhnt, dass wir eine Raumstation und zwar eine permanent bemannte Raumstation haben. Und befreute Raumstation. Ich weiß nicht, wie viele Jahre um, ja, auch das, um den Planeten kreist. Ja, wie sagt man denn? Eine Besatzung an Bord hat. Das ist schwierig. Wenn man das genderneutral sagen möchte. Kann man das gendern? Ja, keine Ahnung, ist aber ein guter Hinweis. Also will ich mich ja gar nicht gegen sperren. Also da fliegt halt eine Raumstation immer um diesen Planeten rum und das sehen wir als normal an. Wir haben Teleskope, die im Weltall sind und Aufnahmen machen von Anbeginn der Zeit. Und dann kommt jemand und sagt, na ja, ich habe eine Kamera an einem Ballon auf 30 Kilometer und was ich ja auch gerade gesagt habe, ist auch schon mal jemand mit dem Fallschirm da runtergesprungen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dann immer überlege, zum Pendeln, also wenn jetzt vor Corona-Zeiten sind 30 Kilometer einfache Strecke für mich vollkommen normal, um zum Arbeitsplatz zu kommen, da fährt man halt mal kurz hin. Ein paar Minuten bist du da und abends wieder zurück. Aber 30 Kilometer nach oben zu kommen, ist verdammt nochmal gar nicht so einfach. Und da ist schon auch verdammt dünn da oben die Luft. Also eigentlich ist das doch faszinierender, als es sich anfühlt oder sich anfühlen sollte. Keine Ahnung. Aber es, wir leben in verrückten Zeiten. Muss man so sagen. Also heutzutage ist man ja schon enttäuscht, wenn man sagt, ja wie, ihr habt die nicht zum Mars geschickt und von da die Erde fotografiert. 30 Kilometer. Lame. Da fliegt ein Roadster rum. Wollte ich gerade sagen, wer kein Auto da rausschickt, der hat doch schon verloren. Unfassbar. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Siegt mein Welt ein. Ich habe mal ein paar Sachen auf die nächste Folge geschoben, weil ich möchte heute unbedingt noch Hörerkommentare abarbeiten. Ja, und vorher machen wir das hier. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt und nie war das so wichtig wie aktuell, denn in Corona-Zeiten kommt man ja relativ schwierig raus, um für sich werben zu können, um Dinge zu verkaufen, ja, oder Aufträge zu generieren für Bastelarbeiten und Heimwerkgeschichten und ähnliches. Deswegen ist eine Webseite relativ wichtig, damit zukünftige Kunden und Kundinnen euch finden können. Und wenn ihr aber sagt, das hätte ich ja schon gerne, aber wenn ich jetzt jemanden engagieren soll, der mir eine Webseite baut, dann bin ich ja wieder irgendwie ab 5000 Euro aufwärts los, das kann ich mir einfach nicht leisten. Dann sage ich, vielleicht machst du es mal selber, auch wenn du es dir nicht direkt zutraust, aber probier es mal, weil ich verspreche dir, du kannst nichts kaputt machen. Du gehst auf happy-shooting.de slash Jimdo, happy-shooting.de schräg-schräg Jimdo, da kommst du auf die Startseite von Jimdo und da klickst du mal den Dolphin an, den freundlichen Delfin, beantwortest dann einfach ein paar Fragen zu dir, zu deinem Geschäft, zu der Seite, die du davor hast. Keine Angst, du kannst da auch nichts falsch beantworten, weil du kannst alles, was da generiert wird, hinterher auch ganz einfach per Klick und hin und her verschieben, wieder ändern, wenn du das möchtest. Aber du kriegst eine relativ gute Startseite da gebaut und zwar wirklich wortwörtlich in Minuten. Ich kann nur erwähnen, ich habe das mal auf einem Workshop gemacht, auf dem Klostergeister-Workshop und da hat mir ein Teilnehmer über die Schulter geguckt, wie ich die Seite für den Workshop eingerichtet habe und hat mich hinterher nur erstaunt angeguckt und sagt, du erzählst das zwar jedes Mal, aber das jetzt mal zu sehen, das hat er ja nicht geglaubt, weil die war dann einfach mal online, die Seite, in Minuten. Und das kannst du auch. Mach das einfach mal, dann passt du halt einfach noch ein bisschen den Vorschlag, den da generiert wurde, an. Also du fängst nicht auf einer leeren Seite an, sondern es ist im Prinzip eine, ich mache mal Luftquotes, fertige Seite. Da stehen schon Überschriften, Bilder und Texte drin. Die passt du einfach an, so wie es dir gefällt. Und Elemente, die du da nicht brauchst, die kannst du einfach anklicken und löschen. Das ist überhaupt nicht wie Programmieren, sondern das ist wie ein Baukastensystem, wo du dir Dinge zusammenstellst und trotzdem sieht es gut aus. Und du kannst da mit genauso wenigen Klicks ein Shop-System reinbauen und eben Produkte auch anbieten, die du verkaufen möchtest. Wenn du also in deiner Heimwerkstatt irgendwelche Dinge bastelst, zum Beispiel solche Retro-Lichtständer hier mit Dim-Funktion aus Holz und sagst dir, das ist doch cool, Retro-Look hier, das ist voll geil, mit Edison-Birne drin, könnt ihr mal bestellen für, weiß ich nicht, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, je nachdem wie geil das ist und du baust das, dann bewirb das doch einfach mal, weil dann können die Leute direkt bei dir den Auftrag geben und etwas bestellen. Du kassierst da, du baust das, du verschickst das und alle sind glücklich. Webseiten, so wichtig geworden. Vergiss Facebook und Konsorten, ja, das ist so schwierig, da eine Reichweite zu kriegen und du kannst jederzeit abgeknipst werden, nur weil sie glauben, irgendwie das falsche Wort erkannt zu haben oder das fälschlicherweise mit einem Penis verwechselt haben, schon bist du gesperrt. Das ist ziemlich unglücklich. Auf deiner eigenen Webseite bist du Herr oder Frau im Hause und kannst da machen, was immer du willst. Mach das mal und wenn du das gemacht hast und bist damit glücklich, dann kannst du von kostenlos, denn alles, was ich jetzt erzählt habe, ist komplett kostenlos und bleibt kostenlos. Wenn dir das gefällt, steigst du von kostenlos auf bezahlt um, da gibt es kostenpflichtige Pakete, die du klicken kannst, wo du dann noch mehr Möglichkeiten hast, wo du eine eigene Domain haben kannst, so dein Name.de und ähnliches. Das klickst du dir einfach mal und wenn du da was gebaut hast, auch wenn es kostenlos ist, schickst du mal an info at happyshooting.de den Link zu deiner Seite, dann stellen wir das hier auch gerne mal vor. Macht uns ja auch Spaß, sowas mal anzugucken. Und wenn du jetzt so ein kostenpflichtiges Paket klickst, dann tu dir und uns doch bitte einen Gefallen und verwende den Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung ist kein Sprachfehler, sondern das ist so. Belichtigung mit zwei Is gibt es nämlich 20% Rabatt auf jedes dieser kostenpflichtigen Pakete und das wird dir helfen und ich hoffe, du hast Spaß an deiner neuen Webseite und kriegst ganz viele Aufträge. Also toll, toll, toll. Und danke an Jimdo für den schönen Support. Tja, vielen herzlichen Dank. Wir kommen zu den Fragen. Da hat sich einiges angesammelt. Da müssen wir jetzt mal. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir sie alle schaffen, aber wir versuchen mal Rapid Fire und gucken mal, wie viel wir unterbringen. Der Herb oder Herb hat geschrieben per E-Mail. Hallo Boris, hallo Chris. Erstmal ein dickes Danke für so viele Podcast-Folgen mit Infos, Inspiration und Hintergrundwissen zur Fotografie und das immer hörenswert und launig präsentiert. Ich glaube, launig meint der positiv. Ich habe heute eine Frage an euch oder die Community. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Aktuell verwende ich noch die Media Asset Software Media Pro von Phase One auf einem älteren Mac OS. Damit verwalte ich meine Mediendateien wie Fotos, Videoclips, PDFs etc. Ich kann sie damit organisieren, bewerten, umbenennen, verschieben und so weiter. Also klassische Fotoverwaltung. Asset Manager. Ein Asset Manager. Ganz genau. Media Pro von Phase One. Genau. Für mich haben sich die zentrale Kataloge bewährt. Das heißt, jedes Shooting oder Projekt liegt in einem eigenen Ordner und dort liegt dort liegt auch der zugehörige Media Pro Katalog. Auch ausgelagerte Medien sind so kein Problem. Also zum Beispiel Katalog auf dem Mac, Mediendateien auf externen Festplatten oder Servern. Inzwischen habe ich einige tausend Media Pro Kataloge in Gebrauch beziehungsweise im Archiv. Okay. Ich kenne das nicht, das Produkt, aber das scheint ihm genau richtig zu passen, dieses Ding. Klingt recht professionell, wenn alles so dezentral. Leider wird Media Pro von Phase One nicht mehr weiter gepflegt und läuft nicht mehr auf einem aktuellen Mac OS. Beim Neukauf eines Macs bräuchte ich also wohl oder übel eine Alternative. Leiderum kommt in diesem Fall für mich nicht in Frage, weil dabei explizit von dezentralen Katalogen abgeraten wird. Also dezentral heißt ihn, er meint mit dezentral nicht das, was eigentlich in der IT mit dezentral gemeint wird, sondern er meint Kataloge, die nicht auf dem gleichen Rechner liegen. Ja, genau. Verteilt im Netzwerk. Die Wortwahl ist da, eigentlich bedeutet dezentral, dass irgendwie, ja, also, dass nichts auf einem zentralen Server liegt. In diesem Fall ist es, meint er es ein bisschen anders. Okay. Und bei Leidroom kannst du natürlich mit mehreren Katalogen arbeiten. Du kannst sie aber nicht alle durchsuchen und du müsstest sie dann eben einzeln öffnen und auch das nur von den lokal angeschlossenen Festplatten aus dem Netzwerk geht es nicht. Also Leidroom scheidet aus. Gut, also Leidroom scheidet aus. Manchmal wird NeoFinder von Norbert Dömer als Alternative genannt und dieses Programm verwende ich schon lange. Es ist mir ein unverzichtbarer Helfer bei der Organisation meiner Dateien, doch hat es einen anderen Fokus und kann MediaPro nicht ersetzen. Hat von euch jemand Erfahrung mit einem Umstieg von MediaPro? Kann mir jemand eine Alternative empfehlen? Gibt es vielleicht sogar eine aktuelle Mac Software, die MediaPro Kataloge öffnen und bearbeiten kann? Danke für alle Tipps. Herzlichen Grüße, Herb. Ich habe keine Antwort. Ich habe leider auch keine Antwort. Ich weiß, dass wir ein, zwei Hörer haben, die tatsächlich im professionellen Bereich mit dem Asset Management arbeiten. Vielleicht könnt ihr das mal kommentieren bei happyshooting.de zur Folge 682 und könnt dem Herb da helfen. Das wäre natürlich ganz interessant. Ich wüsste nichts. Natürlich hat PhaseOne, die haben ja noch diese RAW-Verarbeitungssoftware, aber wahrscheinlich dann auch nicht mit diesem Asset Management. Ich weiß auch nicht, was zum Beispiel mit Capture One Pro möglich ist, weil da kannst du ja auch die Dateien zumindest ins Netzwerk legen. Ich weiß aber nicht, wie das da mit den einzelnen Sessions und den Katalogen ist, ob die im Netzwerk liegen können. Vielleicht wäre das ein Blick wert. Ansonsten weiß ich, dass OnOne, also O-N-1, OnOne, so eine RAW-Verarbeitung ist, die auch eine Verwaltung dran hat. Ich weiß aber nicht, wie umfangreich die inzwischen geworden ist. Und ich meine, OnOne war es, die eben auch auf Server verteilt die Bilder ablegen können und sogar synchronisieren können über Dropbox und Konsorten, wenn du das möchtest. Also das ist auch alles relativ frei, weil es nicht wirklich mit einem Katalog arbeitet, sondern eben mit einem Verzeichnisscan und der Datenbank nur als Unterstützung hat für Suchen und so. Also das wären so Tipps, wo man mal gucken könnte, aber es ist alles kein Asset Management, sondern es ist eher ein RAW-Entwickler, wo auch eine Verwaltung mit drin ist, aber ob das da in Ansprüchen genügt, schwierig. Gut. Ja. Also das ist jetzt ... Also Kai sagt auch, Capture One vielleicht mal als Testversion ausprobieren. Genau. Community, das ist eine Frage an euch. Vielleicht gibt es ja jemanden, der genau diesen Fall schon hatte und was gefunden hat. Der Uwe fragt, rote Blumen sehen ja oft blass aus, weil der Rotkanal übergelaufen ist. Wie bearbeitet ihr solche Bilder beziehungsweise belichtet ihr schon bei der Aufnahme unter? Ich habe so ein Bild mal bearbeitet, in dem ich die Gesamtherlligkeit reduziert habe, die Spitzlichter runter und die Schatten rauf geregelt habe. Siehe, hochgeladete Bilder. Ich habe auch mit dem HSL-Tool, da schreibt der App, verwendet DxO, bei Lightroom heißt das vermutlich anders. Nee, heißt auch HSL. Den Rotbereich in der Luminanz reduziert, das ging auch ganz gut, ist aber etwas schwieriger. Was gibt es sonst für Möglichkeiten? Und ja, das ist ja tatsächlich so. Wir hatten ja sogar mal eine Sendung mit dem Titel Der Rotkanal ist ein Arschloch, weil der Rotkanal gerne mal überbelichtet. Also eine große mit Makro, eine vollflächige Blume, eine rote, eine Rose fotografieren. Da hat man echt eine Chance, dass man hinterher mit so roten Flächen daherkommt. Ja, oder dass sie einfach sehr blass, also sehr hell aussehen. Und du kannst natürlich natürlich im Nachgang dann ein bisschen was tun, nämlich runterregeln, also wirklich die Luminanz runternehmen und vorsichtig auch die Farbsättigung. Ich gehe immer erst mal die Luminanz runter und schaue mal, ob das was bringt. Was ich aber auch versuche bei solchen Sachen ist, dass ich sofort beim Fotografieren schon ein bisschen die Belichtung runternehme. Ich habe ein Histogramm auf der Kamera, wo ich einen Rotkanal, Rot-Grün-Blau separat sehe. Da sehe ich, ob der Rotkanal schon rechts am Anschlag ist. Und ich nehme die Belichtung dann ein bisschen runter und zwar aus einem ganz wichtigen Grund. Wenn du sowas hinterher runterregelst, dann es ist ein Missverständnis, dass RAW irgendwie mehr Belichtungsspielraum hätte als nicht RAW. Das ist nicht so. Jeder einzelne Farbkanal kann überbelichten. Der Grund, warum man in Lightroom oder in DxO oder sonst wo quasi dann doch noch was retten kann, was überbelichtet ist, ist der, dass diese Software dann quasi sich Informationen bei den anderen Farbkanälen ausleihen, die noch nicht überbelichtet sind. Also da wird dann quasi geguckt, ist im Grün und Blau noch was okay, weil im Rot ist ja schon überbelichtet, dann kopiere ich da mal was rüber. Da wird da quasi ein bisschen gepfuscht. Und das funktioniert in der Regel ganz gut, aber es ist viel besser, wenn man von vornherein die richtigen Daten schon in diesem Rotkanal drin hat. Also lieber an der Stelle ein bisschen weiter runter. Das würdest du vermutlich genauso machen, oder? Exakt. Also wenn es überbelichtet ist, dann hast du einfach mal verloren an der Stelle, weil dann gehen feine Strukturen, so diese feinen Äderchen, Strukturen von den Blättern, die gehen dann verloren. Aber in diesem Fall, was der Uwe da gemacht hat, ich habe das ja gesehen, im Slack hatte er das Beispielbild, ist quasi genau das, wie ich da auch rangehen würde. Wenn es nicht überbelichtet ist, aber das Rot nicht so ein sattes Rot ist, wie man es gesehen hat, sondern so blass ist, falls einfach durch die Belichtung sehr helles Rot geworden ist, und ein helles Rot ist halt kein sattes Rot, dann hilft es eben beim Rotkanal oder eben global oder mit einem Pinsel nur auf der Blüte, die Belichtung runterzuziehen, wie Chris das eben auch gesagt hat, wie er da rangehen würde. Und in dem Moment, wo du das Rot dunkler machst, die hellen Rotstellen dunkler machst, wird es auch ein kräftigeres Rot. Ja, und den Rest, genau wie du es gemacht hast, du kannst das eben im HSL machen, also dass du nur den Rotkanal oder Rot und Orange ein bisschen dunkler machst oder halt mit einem Pinsel oder, 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 oder mit der Gradationskurve. Es gibt viele Möglichkeiten, da ranzugehen an diese Stelle und da musst du tatsächlich von Situation zu Situation entscheiden, was jetzt die beste Lösung an dieser Stelle ist. Ja. Aber grundsätzlich, Uwe, genau der richtige Weg und Chris unterstützt sich da, wenn du so eine Situation siehst, dann einfach sensibilisiert sein dafür und vielleicht noch eine zweite Aufnahme machen, die einfach nochmal eine Blende dunkler belichtet ist. Genau. So zur Sicherheit. So, der Torsten fragt, wenn man Altglas an eine aktuelle Kamera adaptiert, ist dann der Adapter ähnlich einem Makro-Zwischenring? Was verändert sich dadurch? Brennweite, Naheinstellgrenze und anderes oder bleibt es mehr oder weniger gleich? Das letzte Mal. Bleibt alles gleich. Bleibt alles gleich. Ja, es ist nämlich kein Makro-Zwischenring, wie man das kennt, also diese Zwischenringe, die halt das Objektiv weiter weg von dem Sensor bringen oder von dem Film, sondern die Adapter, wenn du ein Altglas, damit ist ja gemeint, ein Objektiv, was an eine Spiegelreflex zum Beispiel gehört, wenn du das adaptierst an eine Kamera, wo kein Spiegel mehr drin ist, dann macht dieser Ring nur oder der Ring sorgt dafür, dass das Objektiv genauso weit weg ist, wie es an einer Spiegelreflex auch weit weg wäre, weil dafür ist es gerechnet. Damit du auch auf unendlich fokussieren kannst. Und wenn halt, ich mache wieder zwei Hände in einem bestimmten Abstand zueinander, zeige ich gerade in die Kamera, wenn deine Spiegelreflex halt so weit weg war und, also sagen wir mal, 20 Zentimeter und deine Kamera ohne Spiegel ist nur 10 Zentimeter weit weg bis zum Bajonett, weil der Spiegel halt fehlt, dann hast du da eine Lücke von 10 Zentimetern und die musst du überbrücken, damit das Objektiv genauso funktioniert, wie es vorher funktioniert. Und der Adapter ist eigentlich nur ein Abstandshalter für diese fehlenden 10 Zentimeter, damit für das Objektiv alles so ist, wie es vorher war. Also keinerlei Brennweitenänderungen, keine Fokusänderungen, alles beim Alten. Wenn du dann noch Makro-Ringe davor machst, dann hast du eben Makro-Ringe, kannst halt näher scharf stellen und solche Spieße. Aber der Adapter sorgt nur dafür, dass der Abstand korrigiert wird. So, der Raphael hat eine Frage, die würde ich gerne nächstes Mal beantworten, aber ich stelle sie schon mal heute. Könnt ihr noch einmal ein paar Buchempfehlungen geben? Schwerpunkt Bildband, bitte keine Fotoschulen, Ratgeber oder Essays. Alternativ auch ein paar zeitgenössische Fotografen empfehlen, bitte sehr. Danke sehr. Ich würde das gerne, weil ich es jetzt gerade erst gelesen habe, würde ich gerne mal so drei, vier Sachen aus unserem Bücherschrank rausholen und euch nächstes Mal vorstellen. Das war's. Dann machen wir doch einen Blog davon. Machen wir da einen richtigen Blog draus und dann könnt ihr vielleicht in der Zwischenzeit einfach mal die Kommentare mit euren Vorschlägen für Raphael füllen. Also es geht um Bildbände, es geht um, so im Englischen nennt man sie Coffee Table Books, also Bücher, die man sich tatsächlich mal in Ruhe, ja, Bücher, die Fotografien zeigen, die andere Fotografen und Fotografinnen gemacht haben. Finde ich top. Du hast ja ein paar sehr schöne im Regal. Wir haben, ja, das wäre jetzt auch, da müsste ich jetzt echt, nee, das machen wir. Ich bin gespannt. Das machen wir dann. Machen wir in Ruhe nächstes Mal. Richtig in Ruhe. Der Holger, das Ende des Jahres kommt ja langsam näher und ich habe heute die ersten Kalender für die Familie drucken lassen, aber einige Leute aus dem Internet wollen welche. Kennt jemand einen Shop, bei dem man seinen Kalender bestellbar machen kann? Früher hatte ich immer den Nachbestellung von meinem bisherigen Anbieter rumgeschickt, aber das scheint es nicht mehr zu geben. Für Tipps bin ich echt dankbar. Ja, für solche Tipps bin ich auch immer mal wieder dankbar. Ich habe das vor Jahren mal gemacht bei Lulu, L-U-L-U.com. Das ist so ein Print-on-Demand-Anbieter, der auch Kalender anbietet. Da habe ich quasi, ich weiß nicht, ob ich das auf der Webseite gemacht habe oder ob die eine Software hatten. Das ist schon zu lange her. Jedenfalls habe ich mit Lulu da eben einen Kalender gestaltet für die Rensch damals und da konnte ich dann eben einen Link aushängen in der Stallgasse und dann konnte jeder, der Bock hatte, sich dort einen Kalender selbst bestellen, also selbst bezahlen und dann wird er halt gedruckt und zu denen nach Hause geliefert, sodass ich jetzt keinen Aufwand damit hatte, weiß ich nicht, auf Kommission oder so mal hier irgendwie 50 Kalender hinlegen und hoffen, dass ich sie verkaufe. Das ist eben dann auch ein Risiko. So konnte ich das da bestellbar machen. Das haben die, glaube ich, auch immer noch. Ich versuche es gerade hier zu öffnen. Ah, da sind wir doch. Ja. Und da gibt es auch Kalender. Da. Da, genau. Ich weiß nicht genau, was die jetzt inzwischen für Möglichkeiten haben. Damals war das etwas eingeschränkt vom Layout, aber es gab dann genau das, was ich brauchte, so ein bisschen Papier, was so ein bisschen alt und historisch aussah als Hintergrund. Das sah dann ganz gut aus. Hier steht, wir haben ein Online-Kalender-Creator-Tool und dann kann man auch sein eigenes Zeug hochladen als PDF. Ach, PDF geht auch. Guck an. Das scheint zu gehen. Wie gesagt, kenne ich nicht, ist jetzt auch keine Werbung. Schau dir mal an, ich kenne auch die Preise nicht davon. Also es war damals nicht so, dass ich da großartig verdienen konnte. Also du kannst da beim Print on Demand natürlich auch noch einen Preis eingeben, wo du dann irgendwie Provision oder sowas bekommst. aber da die Produkte an sich natürlich schon einen gewissen Wert haben, musst du halt gucken, ob das für dich da relevant ist. Aber Lulu wäre mein Tipp. Ja, dann der Marco fragt, im Buch absolut analog der ersten Auflage wird im Abschnitt 7.2.5 unter Glaseinsätze beschrieben, dass es solche Einsätze bei der Firma Monochrom gäbe. Allerdings finde ich diese Glaseinsätze nicht im Webangebot von Monochrom. Kennt vielleicht jemand eine alternative Quelle? Da ging es, ich muss das jetzt aus dem Kopf irgendwie machen. Diese mutischen Ringe, darum ging es irgendwie. Es ging um die Einsätze für Flachbett-Scanner für den Epson. Was hatten wir da? V750 hatten wir da als Beispiel, wo du quasi diese, da sind so Plastikklappen, mit denen du den Film festhältst, aber es ist besser, wenn du quasi die Klappen wegmachst und dann oben als Gewicht ein Glas drauflegst, also eine spezielle Scheibe, die auf der einen Seite so eine Anti-Newton-Beschichtung hat, weil das dann alles etwas planer liegt. Und ja, das ist tatsächlich meines Wissens nicht mehr drin. Ich glaube, wir haben es dann aus der zweiten Auflage auch rausgenommen, weil Monochrom die nicht mehr anbietet. Ich weiß aber, dass man die, ich weiß es nicht, aber ich glaube zu wissen, dass man für die Nachfolger vom V57, der V800, V850, glaube ich, von Epson, dass man diese Negativhalter mit Glas bekommen kann. Das heißt, dass die das mittlerweile, wie gesagt, Peter korrigiert mich, falls ich jetzt Blödsinn erzähle, aber ich meine mich zu erinnern, dass das so ist, dass die das auch anbieten und vielleicht kann man ja von denen quasi so als Ersatzteil nachbestellen für einen älteren Scanner. Ist nur so eine Idee, vielleicht hat es ja mal jemand probiert, schreibt es uns am besten mal in die Kommentare. Und letzte Frage noch von Jochen, welche LED-Platten sind denn die guten, wenn man Dias und negative bis circa 13 mal 18 Zentimeter reproduzieren möchte? Gibt es da konkrete Tipps? Also ich denke, man meint so LED-Leuchtplatten. Das sind diese Abfotografierplatten. Du brauchst ja, wenn du negative oder auch Dias und so weiter abfotografieren möchtest, brauchst du ja ein Gegenlicht und das Ding mit dem, also ein Rücklicht quasi. Du brauchst eine leuchtende Platte, von der du es abfotografierst. Und diese leuchtende Platte, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel Leute, die nehmen einfach ein Smartphone oder ein Tablet und schalten, da machen da einen weißen Screen drauf und dann kannst du aber das Negativ nicht direkt drauflegen, weil du sonst diese Pixelstruktur mitfotografierst. Also musst du dann irgendwie so einen kleinen Abstandshalter bauen, den kannst du aus Pappe oder sonst was machen. Da gibt es dann auch diese Negativhalter, die das können, die dann nochmal einen eigenen Diffusor mitbringen und, und, und. Haben wir ja schon ausführlichst hier drüber geredet. Oder es gibt eben auch diese LED-Platten, die ursprünglich gar nicht fürs Abfotografieren gemacht waren, sondern die waren gemacht fürs Abpausen und solche Geschichten. Und die haben tatsächlich, die, die ich bisher gesehen und gefunden habe, haben tatsächlich so eine, so eine Oberflächenstruktur, die so fein ist, dass da keine, also du hast keine, du siehst keine Struktur, wenn du da drauf abfotografierst. Das habe ich also mit einem Makro getestet und für gut befunden. Ich habe da eine ganz günstige genommen für, was hatte die damals gekostet, vor zwei Jahren, so 25 Euro rum ungefähr. Ja, diese Größeordnung. Das war so noch nicht mal eine Marke. Du kannst es auch von, von Hammer kaufen. Es gibt auch wahrscheinlich, von Kaiser gibt es glaube ich was. Und was ich da habe, ist zumindest gut genug, dass man ordentlich mitarbeiten kann. Das heißt aber auch, dass ich natürlich nach Möglichkeit, wenn ich da was abfotografiere, vielleicht oft auf dem Film mal was, der Graukarte irgendwie fotografiert habe, dass ich also quasi eine neutrale Referenz auf dem Film habe, um hinterher irgendwelche Farbabweichungen, die vielleicht von den LEDs kommen könnten, weg korrigieren kann oder so gut wie möglich weg korrigieren kann. Ich weiß nicht, ob es solche Platten tatsächlich mit High-CRI-LEDs gibt, die dann noch besonders viel besser sind von der Farbreproduktion und so weiter. Aber das, was wir da haben, erfüllt den Zweck zumindest so weit, dass wir zufrieden sind damit. Es ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber es ist gut genug. Aber welche konkret? Also perfekt muss es auch nicht sein, weil wenn du jemals Abzüge im Labor hast machen lassen und hast direkt danach nochmal Abzüge im Labor machen lassen, dann sind die mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit nicht identisch. Nicht das Gleiche, Also von daher ist auch egal. Nun gut, ähm, ja, das waren eure Fragen. Das waren eure Fragen. Wir haben aufgeholt. Juhu! Solltet ihr weiter Fragen haben, wie gesagt, wir haben auf Slack den Kanal HS Fragen, da werft die bitte rein. Wir haben auf Twitter den Hashtag HS Frage und, äh, wenn ihr eine Audio- oder Videofrage habt, was uns übrigens immer total freut, also beides, ähm, Video haben wir, glaube ich, erst eine gehabt, aber Audio-Kommentar einfach mal ins Smartphone reinsprechen und schicken an info at happyshooting.de und, äh, dann packen wir das hier in die Sendung und freuen uns sehr drüber. Ist cool. wunderbar. Dann hätten wir jetzt den Terminkalender, aber wir haben keine Termine, ne? Äh, wir haben keine Termine diesmal, aber ihr dürft uns natürlich Termine reinwerfen und dafür gibt es happyshooting.de slash Terminkalender und dort, ähm, ja, findet ihr die bestehenden Termine und könnt auch neue eintragen. Ja, prächtig. Ansonsten gibt es eine neue Aufgabe, die haben wir in der Pre-Show oder während die Pre-Show lief und davor schon ermittelt. Also nicht wir, sondern ihr. Ich fang nochmal an. Es gibt eine neue Aufgabe, die wir vor der Sendung haben ermitteln lassen und diese Aufgabe heißt Tasse. Ja, die läuft vom 15.10. bis zum 29.10. und das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 15. Oktober bis 29. Oktober 2020 bitte loszieht und eine neue Aufnahme, ein neues Bild macht, zu dem Begriff Tasse. Wie interpretiert ihr den Begriff Tasse fotografisch? Kann man das interpretieren? Naja, du kannst einfach ganz platt einen Schnappschuss von der Tasse machen oder du denkst ein bisschen drüber nach. Ich bin mal gespannt. Also gebt euch mal Mühe, seid mal kreativ. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Bisher habt ihr uns noch nicht enttäuscht. Das Ganze läuft dann so, dass ihr das Bild bei Flickr hochladet. Da stellt ihr das in die Gruppe Happy Shooting. und vergebt den Tag HS Tasse. Alles einfach zusammenschreiben und dann kommt ihr hier in unsere Verlosung und entweder wird es vorgestellt oder wir verlosen irgendein nettes kleines Gadget. Schauen wir mal. Ganz genau. Bin gespannt. Gut. Dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen. Ihr seid alle toll und das freut uns und ihr seid vor allem immer wieder da, wenn wir hier Sendungen machen und das hilft und freut uns und dann wäre eigentlich jetzt die Sendung rum, aber du hast noch was ausgegraben. Wenn wir nicht noch ein One More Thing hätten. Und zwar möchte ich euch einen Link mitgeben zum guten Abend auf theguardian.com und da seht ihr Bilder, wo ein Fotograf halt Katzenportraits gemacht hat und eben ein passendes menschliches Double dazu fotografiert hat. Und das sind einfach mal ganz fantastische Portraits. Das sind jetzt aber nicht die Katzenbesitzerinnen, die das, die hier drauf sind, sondern einfach Menschen, die da irgendwie die dazu passen. Das ist so wunderbar. Das ist gutes Zeug. Guter Stoff. Wer jetzt Video guckt, sieht das und lacht hoffentlich mit. Das ist sehr minimalistische Portraits und sehr abgefahren, sehr kreativ. Ganz klasse. Ist ja geil. Starkes Zeug. Sehr starkes Zeug. Ja, damit sagen wir danke und freuen uns, dass ihr dabei wart und jetzt muss ich nur noch den richtigen Screen finden. Bis zum nächsten Mal. Hier subscriben und hier gibt es mehr Videos und bis dann, macht es gut. Drei, zwei, drei, zwei, eins, happy shooting. Das ist so, die ist, ein